Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nr. 301. Mein Name ist René Außerdem, heute Mittag bei der Herr Marvin. Yo! Yo! Und der Herr Basti, der hat sich einen leichten Sommerbläser übergeworfen. Gude! Und der Herr Dennis. Ja, servus, hallo. Schön, dass ihr euch heute wieder hier eingefunden habt. Erstmal noch vielen Dank für die ganzen Glückwünsche, die wir nach der 300 noch bekommen haben, so im Nachgang. Es war uns wie immer ein Fest und es war auch, glaube ich, eine Folge, die trotz der Länge irgendwie ganz gut ankam. Können wir eigentlich wieder auf Facebook posten? Ähm, weiß ich nicht. Falls nicht, beschwert euch doch mal. Polizei. Grüß dich. So geil, also wir können wirklich bislang noch, ich glaube, wir können keine Linken posten. Ich glaube, ich glaube, es geht immer noch nicht. Ich weiß nicht, wie oft ich das da schon gemeldet habe. Es ist halt auch total. Super, dass irgendwelche rechten Affen alles posten können und wir werden da gesperrt. Ja. Keine Gute. Ja, vor allen Dingen, dass sie es halt auch irgendwie nicht in den Griff kriegen, das dann da wieder aufzuheben. Ich meine, Marvin hat irgendwie, glaube ich, zweimal geschrieben. Ich habe zweimal, ja. Ich habe auch zweimal und sie kriegen es trotzdem nicht auf die Kette. Ist aber auch egal. Ähm, die heutige Folge, wir haben für die heutige Folge eine Widmung. Ich bin dafür, dass wir sie dem Ed-Superheld widmen, der das letzte Spiel leider nicht gucken konnte, worüber wir gleich sprechen werden. Weil er bei seiner Familie oder bei der Familie der Frau war, die alle eingefleischte Raba-Fans sind und Helene Fischer in der Halbzeitpause ganz toll finden. Jetzt stellt sich die Frage, ist das deine Frau? Und wenn ja, wie teuer ist so eine Scheidung? Wenn ja, warum? Warum konnte er es nicht gucken? Was heißt, da lief ja kein Spiel parallel. Da lief kein Spiel parallel, da lief überhaupt kein Fußball, aber er durfte über Fußball reden oder über das, was man als Raba-Fan von Fußball hält. Nur gut. Ja, genau. Spendenkonto. Genau, wir richten Spendenkonto ein. Safe. Free Superheld. Free Superheld. Genau, Hashtag für die heutige Folge ist Free Superheld. So, aber jetzt lass uns nochmal darüber reden, ob das, was wir alle da am Wochenende gesehen haben bei der Eintracht gegen Bremen, ob das jetzt eher in die Kategorie Fußball fällt oder nicht. Basti hat gesagt, er möchte nicht mehr über den normalen Liga-Betrieb reden, deswegen muss Marvin jetzt anfangen, seine Meinung zu äußern. Also ich fand, die Eintracht hat gar nicht so schlecht Fußball gespielt. Ich finde, das Spiel ist ein total merkwürdiges Spiel gewesen, denn die Eintracht hat für mein Dafürhalten kein schlechtes Spiel gemacht. Sie kam ein bisschen verhalten in die Partie, aber trotzdem war die Situation nicht so, als hätte ich das Gefühl gehabt, dass die Eintracht hier dieses Ding verlieren muss. Insbesondere nach dem Unentschieden, nach dem wunderbar herausragenden Ausgleich, was finde ich einer der absolut geilsten Tore der letzten Jahre ist, die die Eintracht geschossen hat. Mit dieser Selbstverständlichkeit einzulochen, so, 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 beziehungsweise so schießt keine Mannschaft Tore, die emotionale Probleme hat oder irgend sowas. Das ist Selbstbewusstsein pur. Dann machst du das 1-1 und denkst, naja gut, jetzt sind wir hier so ein bisschen im Boogie, jetzt sind wir ein bisschen im Flow, jetzt läuft der Hase. Ja, und dann lässt du dir halt so ein Ei noch einschenken. Also sehr, sehr merkwürdige Situationen gewesen. Für mich ein typisches Unentschieden-Spiel. Bremen hat das natürlich auch für ihre Verhältnisse gut gemacht. Irgendwie sowieso Respekt, das haben wir ja im letzten Spiel schon gesagt, die Bremer sind richtig gut momentan drin. Aber das Spiel hätte normalerweise unentschieden ausgehen müssen. Also deswegen sehr ärgerliche Ehrlage. Entweder unentschieden oder sogar, wenn man jetzt die doch recht deutliche Chance von Jovic zum eigentlichen 1-2 mitzieht, eigentlich auch unter Umständen drei Punkte für uns. Also es war halt schon so auf der Kippe. Ja, obwohl ich gehe da auch mit Marvin eigentlich, also unentschieden, da hätte sich, glaube ich, keiner beschweren können. Du hattest da auch noch die super Chance von, ich glaube, es war Russ, der einen halben Seitfallzieher da noch draufsieht. Afrika hatte natürlich einen Megatan. Ich wollte gerade sagen, also der Kerl ist in den letzten Spielen ja sowieso schon immer verdammt stark gewesen. Aber dass der da jetzt halt auch nochmal so einen absoluten Sahnetag da auspackt und halt auch wirklich, war das nicht, glaube ich, sogar die Aktion von, doch, das war die Aktion von Russ, wo er ja eigentlich schon am Boden lag und als erstes den Schuss von, weiß ich mehr wem, abgewehrt hat. Und dann quasi, ja, ich glaube, es war Wolf und dann ja quasi am Boden liegend nochmal hoch springt und dann halt geistesgegenwärtig da die Hände hochreißt. Also das war schon eine super Aktion, kannst du eigentlich nichts gegen sagen. Ist halt am Ende einfach scheiße gelaufen für uns. Ja, ist halt, ist eine Einzelsituation einfach gewesen. Das muss man mal ganz klar auch sagen. Und ja, ich, also ehrlich gesagt, habe ich das Gefühl, wir haben jetzt Donnerstag, wir brauchen das Spiel jetzt nicht mehr en Detail analysieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt ein bisschen so müßig jetzt hier Spielminute zu Spielminute zu diskutieren. Wir gehen hier auf die Hard Facts, auf die Dinge, die das Spiel entschieden haben. Und da müssen wir ganz klar sagen, da hat ein Radetzky das Spiel zu unserem Ungunsten entschieden. Das war ganz klar ein harter Fehler von ihm. Egal, ob ihm jetzt die Sonne ins Gesicht schien oder was er sich dabei gedacht hat oder nicht dabei gedacht hat. Für mich sind das ganz, ganz wichtige drei Punkte, die uns hier flöten gegangen sind. Und das ist zum Teil, je nachdem, wie viel Geld uns da jetzt de facto durch die Lappen geht, auch seine Schuld. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich hat er uns in dieser Saison auch schon Punkte gerettet. Aber die Bewertung von Radetzky, will ich, ja, da bin ich vielleicht ein bisschen assi und da kriege ich bestimmt einen auf den Sack. Aber die muss gesamt ausfallen. Und jeder, der sagt, dass Radetzky immer ein mega geiler Torhüter ist, der muss auch im Blick haben, dass seine Abstöße Vogelwild, Hanebüchen sind, immer zum Gegner gehen und uns immer wieder in Bedrängnis bringen. Natürlich ist er auf der Linie eine absolute Katze, ein Tier und einer der Besten der Liga. Aber was Abstöße und das Mitspielen betrifft, ist es nicht so. Und heute, beziehungsweise am Sonntag hat er gezeigt, dass er halt auch menschlich ist, ja, und auch da in der Höhe, in der Luft manchmal seine Probleme hat. Das ist selten, aber es hat uns halt ganz schön wegeteilt. Aber da erhebe ich mal eine Frage an euch. Und das war, ist uns auch von einem Hörer geschrieben worden, ich glaube vor zwei oder drei Sendungen. Ja, Abstöße, gebe ich dir absolut recht, sind katastrophal, ist mir auch in dem Spiel wieder aufgefallen. Aber was bei Radetzky am Anfang ja mal richtig gut war, waren seine Abwürfe. Er hat ja immer sehr weit den Ball auch recht zielgenau zum Spieler geworfen und damit hat er irgendwann aufgehört. Aber warum? Du hast vollkommen recht, die Abwürfe, das ist total absurd, sehr gute Betrachtung, wer auch immer uns gesagt hat, hat vollkommen recht. Die Abwürfe sind herausragend, aber die Abstöße sind dafür umso schlimmer. Ja, aber wenn ich das doch weiß, warum mache ich das denn? Ich verstehe es nicht. Kann ich sagen. Ja, also. Gute Frage. Dann kann ich es doch auch zu einem Außenspieler irgendwie, zu einem Chandler oder zu einem Da Costa, der schon irgendwie kurz vor der Mittellinie steht, wenn ich so genau werfen kann, dann kann ich es doch einfach da hinwerfen und kann von da aus über die Flügel, die sowieso eine starke Sache bei uns sind, kann ich doch darüber das Spiel dann aufbauen. Ich muss ja nicht unbedingt über die Innenverteidiger gehen. Ja, aber ich muss das Ding halt auch nicht vogelwild irgendwie an die Außenlinie schießen, sodass er entweder direkt ins Aus geht, was ja, ich glaube, gefühlt irgendwie dreimal passiert ist, oder halt dem Spieler direkt vor die Füße fällt. Also, total absurd. Ja, also hat mich auch genervt, also. Ja. Ja, aber wie gesagt, das waren halt so Dinge, die das Spiel halt zusätzlich negativ beeinflusst haben. Wie gesagt, die Eintracht hat kein schlechtes Spiel gemacht. Bremen war vielleicht tendenziell, also ein Tick besser, aber auf jeden Fall grundsätzlich gut. Mir haben auch viele Dinge positiv gefallen, sehr gut gefallen. Jovic war mal wieder sehr präsent, hat so recht dieses Tor erzielt. Ich fand, dass nach der Einwechslung auch ein Fabian richtig gut reinkam für Rebic, hat wirklich gewirbelt, hat gezeigt, dass er jetzt eine Option sein kann. Die, die wir jetzt auch bald brauchen, dann werden wir ja gleich darauf zurückkommen. Ja, Russ hat für mich ein ordentliches Spiel gemacht. Also, es waren viele positive Momente dabei. Ich will mich jetzt, nachdem ich am Sonntag unglaublich sauer war, unglaublich frustriert und auch irgendwie gedacht habe, Scheiß, wir werden immer wieder so nah an das Himmelreich geführt und dann werden wir doch wieder ins Höllental gestoßen. Jetzt kram ich mich langsam wieder hoch, erklimme die Leiter und will jetzt irgendwie die Wolken schon wieder berühren. Also, ich will jetzt noch nicht aller Tage Abend sein lassen. Da bist du mir echt einen Schritt voraus. Also, mich nimmt das immer noch. Du wolltest doch nichts sagen, Basti. Ich muss jetzt aber, da jeder darüber gesprochen hat, erinnere ich mich wieder. Die Erinnerung kommt wieder. Also, ich bin immer noch, ich habe gedacht, gut, dass wir Donnerstag aufnehmen, dann ist so die erste Wut weg. Aber die ist noch nicht weg, weil diese Szenen habe ich noch präsent. Und irgendwie ist das Spiel, ich hoffe nicht, dass das Spiel sinnbildlich für unsere Saison ist. So, von wegen, weil ihr habt es angesprochen, die Eintracht, das war das, wir hatten es, glaube ich, als Trainerspiel angekündigt, letzte Sendung. Und genau das war es. Also, wie die beiden sich auch, du hast auch gesehen, was Umstellungen im Spiel bewirken. Kovac hat dann am Anfang gemerkt, okay, Bremen ist besser im Spiel, hat umgestellt. Da kamen die aber eigentlich zum Zeitpunkt des Bremer Tores, war die Eintracht gerade die bessere Mannschaft. Ja, das ist richtig. Kam gerade besser rein, dann fällt dieses Tor unglücklicherweise so. Was auch abgefälscht war. Ja, dann reagierst du aber mit diesem, normalerweise hat es gesagt, mit diesem unfassbar spektakulären Tor, dieser Pferdehacke von Boateng. Jovic, unfassbar geil gemacht. Aber da sieht man auch wieder, da hat sich auch wieder gezeigt, warum ich Jovic immer noch ein bisschen skeptisch gegenüberstehe. Er macht dieses Tor so unfassbar, wo du eigentlich gar nicht treffen kannst. Und dann dieses Ding, wo du treffen musst, das macht er nicht. In Hamburg hatte er auch zwei solche Szenen. Gut, er ist noch ein junger Spieler, das will ich ihm verzeihen. Ich bin momentan auch froh, dass er statt Allaire spielt, obwohl ich immer noch großer Allaire-Fan bin. Weil er, glaube ich, für die Situation gerade auch für das Spiel besser gepasst hat. Also, das hatten wir, glaube ich, auch, als er verpflichtet wurde, gesagt, dass das eigentlich ein Stürmer ist, der für Ballbesitzspiele ist. Aber ich glaube, das wird kommen in den Heimspielen gegen HSV, in den Heimspielen gegen Hertha. Er wird seine Zeit auch wieder kommen, glaube ich. Von daher habe ich da gar keine Bauchschmerzen. Bin froh, dass Jovic da ist. Aber dieses Spiel, und der Marvin hat es ja schon gesagt, und ich will auch nicht zu sehr Spieler-Bashing betreiben, aber es fällt mir schwer, weil er mich auch nervt, schon die ganze Saison ein bisschen. Ich habe eigentlich immerhin verteidigt, ich habe gesagt, hoffentlich wird dieses Vertragszeug nicht irgendwie ihm um die Ohren fliegen, weil er sich da nicht äußern will, er will Geld verdienen, das kann jeder verdienen. Aber ganz ehrlich, wenn du so deine Fresse aufreißt und so irgendwie so Ambitionen hast, dann musst du auch andererseits das aushalten, wenn dir die Liebe entzogen wird, ehrlich gesagt. Also, er kassiert ja viel Liebe, weil er ein cooler Typ ist und weil er sich irgendwie für die Eintracht eine positive Erscheinung war und das Gefühl hat, ist geil. Da ist ein Torwart, den wir irgendwie gerne länger behalten würden, dem wir dann auch Fehler verzeihen. Ich erinnere mich an den Fehler in Leipzig, meine Güte, dann denkst du, gut, nix mal. Aber wenn du dem Spieler zwangsweise die Liebe entziehst, weil du weißt, dass er eh nicht bleiben will, dann bewerte ich das auch anders. Das ist auch, glaube ich, menschlich. Also, das ist, glaube ich, menschlich zu sagen, okay, Digga, dann fick dich. Nerv mich bitte nicht und setz dir eine scheiß Mütze auf, wenn du nicht siehst, weil die Sonne kam ja nicht plötzlich. Das kam ja nicht. Und neben den Trainern, die sich irgendwie neutralisiert haben, die auch, finde ich, einen Unentschieden verdient hätten, im Endeffekt war es dann das Torwartspiel. Weil, Dennis hat es gesagt, Pavlenka ist eine Maschine gewesen an dem Tag und wir hatten an dem Tag halt einen Kasper im Tor. Fertig, dann verlierst du 2-1. Ja, stimmt. Und ich kann verstehen, dass der Marvin fertig war damit und ich bin immer noch fertig und die Leute haben es auch missverstanden. Ich bin nicht sauer auf die Eintracht. Ich bin nicht sauer auf Kovac, wo wir noch dazu sprechen kommen. Ich bin sauer auf die Tatsache, dass die Eintracht scheinbar teilweise auch unverschuldet, die trotzdem dieser trottelige Verein bleiben wird, der eben so ein Go-To-Guy-Spiel, was es ist. Der Marini hat es gesagt, du kannst das auch gewinnen. Du kannst 2-1 in Führung gehen mit Jovic und dann war Prem platt gewesen. Du hast nämlich gesehen, Prem hat nicht aufs 2-1 gespielt. Das ist aus nichts gefallen, dieses Tor. Das hat sich nicht angedeutet. Er hätte die Eintracht noch gewonnen. Und wenn du das gewinnst, ja zack, dann bist du vorne drin, hast Hoffenheim auf Abstand gehalten, ziehst dann Leverkusen vorbei, wo wir auch noch hinfahren. Aber nein, die Eintracht kassiert, wie in Dortmund kassieren die dieses, also da kannst du dir gar nicht ausdenken, 92 Minuten machst du einen Ausgleich, kassierst zwei Minuten später noch ein Tor, kassierst, wirfst dir so ein Ding ins Nest. Da gibt es keinen Schuldigen. Aber das heißt doch trotzdem, dass man da irgendwie sauer sein kann und dass man irgendwie das Gefühl hat, du wirst immer wieder aus diesen Träumen gerissen, die man selber irgendwie zulässt. Und diese Saison hatte ich auch das Gefühl, man lässt sie zu Recht zu. Aber nein, dann kommt der noch dazu, worüber wir nicht gesprochen haben, was für mich die aller, aller schlimmste Nachricht des Tages war. Ja, kommt gleich. Einen Monat ohne Rebic. Ja, sollen wir das Spiel an sich mal abhaken und mal auf diese Verletzungs... Ja, ich will noch mal ganz kurz zu Radetzki noch mal ganz kurz was sagen. Ich habe halt immer das Gefühl, so Radetzki, naja, wie gesagt, der Vertrag will ja nicht verlängern und alles. Ich will auch, ich finde dieses ganze Geplopper, also mit der Vertragsverlängerung echt unsäglich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde es gerade viel angenehmer finden, wüsste ich schon, dass er irgendwie nach Leverkusen geht zur neuen Saison. Würde ich irgendwie viel angenehmer finden. Also wäre das schon klar, dass er geht da hin oder geht da hin, dann könnte ich damit so ein bisschen planen. Aber dass er anscheinend immer noch keinen Vertrag nicht unterschrieben hat oder sonst irgendwas, finde ich alles mega unsouverän. Und dann, ja, so nach Motto, ja, wenn ich weiterzuspiele will, will ich mich eh keine haben, hast du recht. Aber er wirkt halt für mich immer so, weißt du, er wirkt für mich immer wie die hübsche Frau im Fitnessstudio, die du immer so ein bisschen anhimmelst, weil du denkst, wow, die ist echt ganz schön hübsch und ich bin jetzt auch im Fitnessstudio, ich mache ja so ein bisschen was. Und die lächelt dich an. Aber die arbeitet halt da, ja. Und deswegen muss die freundlich sein. Und du gehst ja wieder traurig nach Hause, weil du denkst, hast eigentlich doch keine Chance. So wirkt das irgendwie bei Radetzki und der Eintracht momentan. und irgendwie ist es grundsätzlich ein bisschen frustrierend. Ja, und dann sollte ich dich aber nicht wundern, wenn ich sauer bin, wenn ich mir den Beitrag doppelt abbuche, weil die eine Scheiß baut. Ja, genau. Dann denke ich mir auch, ja, du bist professionell freundlich zu mir und dann kann ich mich auch beschweren. Und das, mich nervt, mich hat dieses Interview nach dem Spiel massiv genervt, ehrlich gesagt. Ja, mich auch. Wie hat sich da, nee, sorry, also da war ich jetzt mit ein bisschen Abstand von mir aus, aber da in dem Moment, wo ich, das fand ich grenzwertig, dieses ha, 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 ha. Ja, für mich gibt es halt in der Situation nichts zu lachen. Genau. Für mich gibt es in dieser Situation nichts zu lachen. Ich will auch nicht, dass er lacht, dass ich das Gefühl habe, ihm ist das scheißegal. Das läuft jetzt ein Bier danach. Nein. Das fliegt ihm halt um die Ohren. Diese lockere Art, die man so gefeiert hat, fliegt ihm in so einem Moment um die Ohren. Du kannst halt auch mal frustriert sein. Du kannst auch mal sagen, scheiße, fuck. Tut mir leid für die Mannschaft, die ich im Sommer verlasse und ich koste der Mannschaft vielleicht wirklich die Chance, in die Champions League zu kommen. Das ist gar nicht dramatisierend, weil viele haben mir vorgehoffen, das dramatisierst du bleibst. Es ist nicht dramatisierend, weil diese drei, beziehungsweise ein Punkt, können gerade am Ende, ich kotze im Strahlen, wenn uns am Ende ein Punkt auf die Champions League fehlt. Ja, genau. Und der wirft dieses Ding ins Tor, willst du mich verarschen, und grinst sich da einen ab? Und das ist genau das Ding. Er kann einen Fehler machen. Da muss man ein bisschen die Mutter sein. gerade in Anbetracht der Situation, in der er sich auch selbst verschuldet befindet, das darf man nicht vergessen. Und ich finde, dass wir hier auch im Podcast lange für ihn Partei ergriffen haben, zu sagen, okay, es ist klar, wenn man Geld verdienen will, und blablabla, wie es der Marvin sagt, das zieht sich jetzt ein bisschen zu lange. Also man kann auch im Winter sagen, ich gehe im Sommer nach Leverkusen. Punkt, aus, fertig. Eintracht guckt sich nach dem neuen Torwart um. Wir probieren das Profis. Das wäre ja nicht das erste Mal auf der Welt. Weißt du, was ich meine? Ja, vor allen Dingen, da kommen wir ja später auch nochmal zu dem Thema, wie man eben mit solchen Andeutungen oder Nicht-Andeutungen halt auch umgeht. Ich denke, wir sind alle alt genug, mit klaren Aussagen zurechtzukommen, und es hilft halt viel mehr, als wenn du diese unausgesprochenen, aber doch sehr offensichtlichen Dinge da einfach im Raum stehen hast. Das ist wie die Leute, wenn du dich mit denen verabredest, du sagst, wir gehen heute Abend feiern, und die schreiben dir, ja, ich komme, ich komme, und du weißt schon die ganze Zeit, hm, oder die sagen, ich weiß noch nicht, ob ich es schaffe, wo du dir denkst, dann sag mir doch von vornherein ab, dann brauche ich gar nicht warten. Dann wäre ich vielleicht woanders hingegangen. Ich habe vielleicht einen Termin für dich abgesagt, und du stotterst die ganze Zeit rum, dann sag doch von vornherein, du kommst nicht, und schreib mir nicht eine Viertelstunde, wenn ich eh schon draußen bin, ja, sorry, es klappt doch nicht. Also so, sag es halt, ist ja nicht schlimm, wie der René es gesagt hat. Es heult ja auch keiner mehr mittlerweile. Nee, es ist ja so wie du klar. Diese Schwächen, die er auch hat, im Aufbauspiel und im Spielverständnis, meiner Meinung nach, und auch manchmal mit der Konzentration, ist nicht das erste Mal, aber man hat vielleicht mal drüber hinweggesehen, weil er halt geile Reflexe im 1 gegen 1 hat. Es ist mittlerweile nicht mehr so, dass ich sagen würde, oh Gott, oh Gott, die Welt bricht zusammen, wenn der wechselt. Mittlerweile bin ich fast sogar auch froh, wenn ich sage, gut, da kommt ein neuer, vielleicht ist der sogar besser. Weil mittlerweile dieses Gesamtpaket Radecki fand ich echt immer geil. Mittlerweile muss ich sagen, nervt es ein bisschen. Ja, Tito. Spontane Hörerfrage aus dem Chat, liebe Menschen vom Clonch, der wissen möchte, wer denn unser Wunschkeeper-Nachfolger wäre. Das darf jeder mal einen sagen und dann gehen wir zum nächsten Thema weiter. Paul Ersbeck wahrscheinlich. Realistisch. Wunsch. Es geht ja nicht um Realistisch, es geht um Wunsch. Um Wunsch. Oh je. Also ich hätte doch nichts dagegen, wenn Trap hier wieder spielen würde. Okay. Marvin? Basti? Also realistisch würde ich Rönno nehmen, aber ich würde mir auch Trap wünschen. Sehr, 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 sehr. Bei dir, René? Vor Sonntag hätte ich gesagt Horn, jetzt sage ich Pavlenka. Auch nicht schlecht, ja. Ja, warum nicht? Gute Idee, aber es wird, glaube ich, schwierig, den zu bekommen. Ja, aber es ist ja Wunsch. Ich meine, du wünschst dir ja auch große Dinge, damit du wenigstens was Kleines bekommst. Ich sage dir, der Horn kommt und wir leben, haben eine gute Saison mit dem. Aber gut. Wenn der den jungen Franzosen da aus dem Mittelfeld, wo mir der Name gerade wieder nicht einfällt, mit dem ist alles, genau, wenn er den mitbringt, ist alles fein. Nur den Cordoba, den sollen sie da haben. Grüße an Naxel. Aber gut, dann handeln wir jetzt Bremen mal ab. Schluss mit lustig. Genau. Weiter geht's. Kurz weiter gehen. Bevor wir zu dem Hoffenheim-Spiel kommen, was ja unweigerlich als nächstes da so vor die Türe kommt, müssen wir erst mal das Thema ansprechen, was wir letzte Woche so ein bisschen gejingst haben, wo wir uns noch gefreut haben, dass alle aus der Länderspielpause ohne Verletzungen zurückkommen und tada, am nächsten Tag Salcedo Schulterputt. Den sehen wir bis zum Saisonende nicht mehr. Und jetzt Rebic ausgewechselt in der 39. Minute mit, was war's? Muskelfaser-Anriss. Muskelfaser-Riss, ja. Fällt auch locker für vier Wochen aus. Also jetzt haben wir Mascarell als Dauerverletzten, wir haben Salcedo als nicht mehr Spieler diese Saison, wir haben Rebic für die nächsten vier Wochen, womit, wenn der wieder da ist, diese Saison quasi auch gegessen ist. Mascarell weiß man auch nicht. Mascarell weiß man auch nicht, ist wieder im Spiel, wieder im Training, aber auch noch nicht so optimal. Und Russ hat ja auch irgendwie blauen Zeh, hat sich ja auch irgendwie... Fußbrellung, ja, genau. So. Soviel zu dem Thema, wenige Verletzte bis jetzt. Ja, aber es ist doch, es passt doch dann. Also es ist doch genau diese Gemengelage aus vielen Dingen, die dann dazu führt, dass vielleicht der Marvin, ich und die auch, dass wir dann halt über Gebühr frustriert sind. Weil es ist echt viel auf einmal ist und das Gefühl hast, es kann sein, dass komplett über Ostern die ganze Saison in den Arsch geht. Ja. Durch solche Sachen, das kann ja keiner beeinflussen. Aber es ist halt so, das ist dann vielleicht diese eine Verletzung zu viel. Es ist einfach... Innenverteidiger hast du ja auch, haben wir auch immer gesagt, haben wir das Gefühl gehabt schon die ganze Zeit, Abraham war angeschlagen, Salzedo wusste man auch nicht. Und da haben wir gesagt, vielleicht wäre es ganz gut, dort noch einen zu holen, ist nicht passiert. Aber jetzt hast du das Gefühl, ja, jetzt sind wir darauf angewiesen, dass Abraham und Follett komplett durchspielen und Hasebe auch. Und das sind drei. Follett, gut, nicht, das ist ja real robust, aber Hasebe und Abraham sind zumindest welche, die können auch von heute auf morgen den Rest der Saison ausfallen. Und dann stehen wir nämlich da und haben wir dann in den letzten Endspurt, wo es um alles geht, wo diese gefühlt Jahrzehnte Chance auf die Champions League slash Europa League kommt und wir müssen mit Chandler in der Endverteidigung spielen, da habe ich keinen Bock drauf. Und das macht mich auch wütend, aber da kann ich natürlich nicht auf niemanden einzeln wütend sein, aber es macht mich alles sehr, 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 sehr sauer. Na, ich finde schon, dass man da so ein bisschen auf jemanden wütend sein kann und da tute ich dann jetzt in das sprichwörtliche gleiche Huhn, äh, Huhn, Horn. Huhn. Ich tute in das Huhn. Mop, mop. Wie Bobic und Nagelsmann, die kritisiert haben, warum denn bitte zu diesem Zeitpunkt in einer Saison unbedingt so eine Länderspielpause für Freundschaftsspiele sein muss. Ja, das ist schon Quatsch. Ach, aber ganz ehrlich, was soll denn diese Scheiße? Das haben wir andauernd. Leute, ihr seid Mitbestimmer in diesem Bundesliga-Geschäft. Dann labert nicht, es tut mir leid, scheiße, kacke gelaufen. Dann macht halt was dagegen. Dann beschwert euch nicht öffentlich, sondern habt ihr Eier, um euch beim DFB zu beschweren. Was soll denn das? Das will ich gar nicht hören, weil das sind immer Ausflüche, so nach dem Motto, ach, na ja, ist schon scheiße, aber ich positioniere mich mal so, als hätte ich damit nichts zu tun. Dann mach halt was. Nee, darauf habe ich keinen Bock. Da brauchen die gar nicht mit anzufangen. Das ist halt so, wir haben halt Länderspiele. Das ist ein Fakt und damit muss man arbeiten. Dass sich Leute bei Länderspielen verletzen, ist genauso der Fakt. Dass ich aber weiß, dass das passieren kann und dass ich dementsprechend in der Winterpause schon Vorsorge und in der Winterpause schon einen Innenverteidiger mehr hole, weil jeder von uns, jeder von uns genau weiß, dass es am Ende der Rückrunde wieder kritisch wird, weil es so ist, weil es die Eintracht ist. Das muss ich als Verantwortlicher wissen. Und da muss ich Geld reinstecken und muss sagen, zumindest einen Innenverteidiger, den muss ich holen, dass wir jetzt einen Verletzten mit Rebic haben. Leute, wir haben außen halt die Leute, die müssen es verkraften. Da muss halt jetzt der Fabian dran. Der verdient genug Geld, der hat die Qualität, der muss jetzt die Eier zeigen. Da sind wir auch breit genug aufgesteckt. Auf jeden Fall. Aber in der fucking Innenverteidigung, da muss ich mir selber in die Nase fangen. Bei dem Innenverteidiger gebe ich dir auch vollkommen recht, das war abzusehen. Wir haben es seit Anfang, eigentlich seit Anfang der Saison gesagt, dass auf der Stelle es unter Umständen sehr schnell sehr eng werden kann. Und tada, jetzt ist es passiert. Ich finde trotzdem, ich als Fan darf mich sehr wohl beschweren, dass diese unnötige Länderspielpause da stattfindet, die keinen Schwanz interessiert. Echt. Du hast vollkommen recht. Aber das ist ja, das ist okay. Okay, aber mir geht es darum, der die Offiziellen, der hat durchaus ein Recht, sich bei offizieller Stelle zu beschweren und zu sagen, dass er das nicht gut findet. Er kann genauso auch eine Allianz von Bundesligamanagern dazu bemühen, zu sagen, das ist ein breiter Protest, dass es in dieser schwierigen Saison nicht der Fall ist, dass es nicht sein soll, dass man sich was anderes überlegen soll. Kann er alles machen. Er hat eine andere Position als wir. Aber dann sich hinzustellen und dann irgendwas zu sagen, dann nagelt es mal, scheiß ich doch drauf. Aber das geht mir halt auf den Sack. Die Leute sollen intern dafür sorgen, dass sowas nicht passiert. Und dann ist es gut. Aber sich irgendwie hinzustellen und dann machen, es tut mir leid, ich bin scheiße und so weiter. Nee. Das lasse ich nicht gelten. Reicht mir. Sorry. Aber jetzt haben wir das Problem, wie Basti schon gesagt hat, wir haben jetzt quasi nur noch diese zwei nominellen Innenverteidiger und da darf jetzt halt auch nichts großartig mehr passieren. Ansonsten wird es halt auch schnell sehr eng und wir haben noch sechs plus zwei Spiele. Da willst du jetzt auch auf keinen Mann und keine Maus mehr verzichten. Ja, es ist halt extrem bitter, ja. Zumal du ja dann auch übernächste Woche ja auch ein bisschen durchrotieren musst, weil ja unter der Woche auch das Pokalspiel ist. Richtig. Und im Zweifel werden wir genau das sehen, was halt Basti eben schon angedeutet hat. Timothy Chandler wird sich kurz oder lang wieder in der Innenverteidigerposition einfinden, glaube ich. Ja, aber eine Frage noch. Basti hast du gesagt, du findest nicht, dass wir gut genug aufgestellt sind, um zumindest ansatzweise einen Spieler wie Rebic vorne zu ersetzen. Ich sage mal, von der Kaderplanung her, finde ich, waren da wenige Fehler, die wir gemacht haben. Rebic wird eh... Ach so, okay. Nein, das war jetzt nicht der Spielertyp. Natürlich. Also du hast, klar, du hast Fabian, du hast Bako Gacinovic. Ich sage, das war jetzt keine Fehlplanung im Kader. Das hat damit zu tun, dass Rebic einfach eine herausragende Saison spielt. Ja, ja. Was er verkörpert. Der verkörpert für mich was, was trotzdem kein anderer Spieler von uns hat. Und ich habe trotzdem, bilde ich mir ein zu merken, ob er spielt oder nicht, weil dir vorne so dieser Pitbull fehlt, der alles anrennt, der das Gefühl hast, der in der 80. Minute sauer ist, wenn er ausgewechselt wird, weil er noch drei Stunden rennen könnte. Und gleichzeitig aber auch trotzdem, einigermaßen technisch und spieltaktisch auf der Höhe ist. Also das ist, ich finde, Rebic ist für mich mit der Spieler der Saison. Ja, stimmt. Und das kannst du natürlich, positionell kannst du ihn ersetzen, aber nicht seine Form, sage ich mal. Klar hat er auch schlechte Spiele gemacht, aber die aktuelle Form und die Einstellung, die er der Mannschaft gibt und auch dieses Besondere im Sturm, wovon immer der jeweilige... Der Spieltyp stimmt schon, ist schon individuell und speziell und bringt uns einfach sehr weiter. Du hast schon richtig gesagt, mit dem Anlaufen etc. Das ist schon was Besonderes bei ihm. Das stimmt. Und er färbt halt auch durch seine Umtriebigkeit, färbt er halt auch auf seinen Sturmpathen ab. Also ich glaube schon, dass Alejovic extrem profitieren, wenn er neben ihnen spielt. Weil er manchmal diese Räume aufreißt, die dann rücken können. Er zieht da auch sehr viel Gegner auch einfach auf sich. Er probiert viel, er bindet viele Leute da. Das ist halt schon einfach sehr wichtig. Ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, er ist nach Lukas Radetzky auch der Spieler, der die zweitmeisten Spiele hat. Er war bei 24 Spielen auf dem Platz. Also er hat kaum gefehlt. Er hat auch Verletzungen gefehlt. Er hat nur mal gefehlt gehabt nochmal. Ich glaube zwei Wochen mal irgendwie zwischendrin. Ja, ich hatte ja gehofft, dass ein Gasinovic oder sowas nochmal durchstartet jetzt am Ende der Saison, dass er einfach mal so ein bisschen einen Formtief hatte. Aber jetzt, wenn du dir auch so die Bank angeschaut hast, dann kam ja auch ein Fabian statt. Ein Gasinovic ist natürlich dann für mich auch ein eindeutiges Zeichen, dass ein Gasinovic momentan so auch nicht wirklich die große Rolle spielt. Das war ja meine Hoffnung. Das ist ja auch normalerweise ein Spieler, der zumindest technisch was drauf hat. Da fehlt natürlich diese Bissigkeit, diese Zweikampfstärke, die du bei einem Rebic hast. Prinzipiell hatte ich gehofft, dass er vielleicht was bringt. Ein Fabian braucht halt einfach wahrscheinlich noch Zeit auch. Und ob das natürlich auch ein 1 zu 1 Wechsel auf der Position ist, auch immer so ein bisschen, naja, weiß ich nicht. Genau, aber jetzt haben wir halt eben dieses Problem und müssen da jetzt irgendwie so ein bisschen mitarbeiten. Es kann auch trotzdem nicht sein, dass wenn, wie ich es gesagt habe, es gibt genug Spiele da vorne, die auch lange auf ihre Chance nicht mehr warten und vielleicht auch teilweise unzufrieden sind, dann würde ich mir denken, dann zeig es jetzt bitte auch. Also bitte, da ist jetzt ein Platz frei. Brauchst dich nicht mehr beschweren, dass ihr nicht mal mehr in den Kader rutscht. Der eine oder andere wird jetzt dadurch wieder in den Kader rutschen durch die Verletzten. Dann zeig es halt auch bitte, warum du denkst, dass du dahin gehst. Es würde mich auch gar nicht wundern, wenn wir, und damit will ich so, bevor ich das sage, noch was anderes. Hasebe hat heute seinen Vertrag nochmal um ein Jahr verlängert, bis 2019, dürfen wir auch nicht versprechen. Super geil. Muss man auch sagen. Sehr gut. Möchte mit der Eintracht nächstes Jahr in Europa spielen. Finde ich eine coole Aussage, da nochmal ein Jahr dran zu hängen. Das gibt auf jeden Fall Props. Also ich freue mich auf jeden Fall. Ich finde es super. Ich finde es auch schön, dass er in einer absolut akzeptablen Leistungskurve momentan sich befindet. Das ist richtig gut. Für das Alter, da kann er uns wahrscheinlich noch ein Jahr durchaus helfen, mit dann 34 bis 35 Jahren. müssen wir trotzdem schauen, dass wir natürlich ein Backup auch holen nochmal, der ihn langsam beerben kann. Aber mich freut es und ich denke, eine schöne Angelegenheit. Genau. Ist ja auch, also bei ihm spielt das Alter jetzt natürlich eine Rolle, aber nicht so krass, weil er trotzdem, glaube ich, ein vorbildlicher Profi auch ist. Also der wirkt auf mich, wie der auf seinen Körper aufpasst. Aber natürlich in dem Alter auch entsprechend Verletzungs- Also gerade Hasebe ist natürlich jemand, Als absoluten Stammspieler würde ich ihn auch mehr sehen nächste Saison. Aber es ist gut, dass er da ist, auch neben dem Platz. Ja, definitiv. Und wie du gesagt hast, er ist ein Musterprofi. Er ist mehr Musterprofi, als ich, glaube ich, jemals sein könnte. Ja, das ist tatsächlich so. Ja, ich glaube, das ist aber auch so ein kulturelles... Prost! Großartig. So, dann lasst uns dann mal langsam Richtung Hoffenheim gucken. Und jetzt greife ich wieder meine versuchte Überleitung von gerade eben wieder auf mit dem Rebic-Thema. Mich würde es auch fast nicht wundern, wenn auf einmal ein Dani Blum am Sonntag auf der linken Außenbahn spielt. Alles möglich, ja, definitiv. Hat es ja auch nicht so schlecht gemacht, als er reinkam gegen Dortmund. Genau. Denke ich halt auch. Und wenn wir jetzt drüber reden, dass die Leute jetzt vielleicht auch im Training eine Chance sehen, sich da an der einen oder anderen Stelle wieder ranzukämpfen, könnte ich mir das durchaus vorstellen. Machen wir nochmal die Fakten. Wir spielen wieder Sonntag, 18 Uhr, zu Hause. Hoffenheim am vergangenen Wochenende mit einem leicht deutlichen 6 zu 0 gegen aber auch äußerst schwache Kölner. Ja. Sind im Formvergleich in den letzten fünf Spielen sehr, sehr konstant. Und ich habe mal geguckt, so in der Historie, in den letzten fünf Partien, die wir gegen die TSG gespielt haben, haben wir es maximal zu einem Unentschieden geschafft. Jetzt kommt ihr. Damit es Zeit ist zu ändern am Sonntag. Nein, aber also ich muss sagen, wenn wir mal wieder unsere Heimstärke finden, die wir ja im Endeffekt die letzten Zeit hatten, das waren ja doch eher die Auswärtsspiele, die in letzter Zeit immer verloren gegangen sind, plus wir eigentlich, wir müssen ja nur schauen, ersetzt irgendwie diese Spiele, den Spielertyp Rebic einigermaßen. Wir haben ja nicht schlecht gespielt. Ich glaube, Marvin, du hast es ja vorhin auch schon gesagt, eigentlich dieses Spiel gegen Bremen, die Spielleistung hat nicht dazu geführt, dass ich sage, ach du je, das wird überhaupt nichts mehr mit europäischen Plätzen oder sonst irgendwas, sondern es ist im Endeffekt scheiße gelaufen, dann noch der Radetzke-Fehler, dann noch das, dann noch das, dann hast du selbst die Tore nicht gemacht, es kotzt mich an, aber es ist definitiv was, was mir auch Hoffnung macht. Die Hoffenheimer sind schlagbar, die Saison, klar, die haben jetzt am Ende mal ein bisschen wieder aufgedreht, aber die Saison, das war wirklich teilweise grottig und auch Nagelsmann steht da zu Recht in der Kritik und dementsprechend müssen wir einfach jetzt mal zeigen, dass wir auch so eine dämliche letzte fünf Spiele nicht gewonnen etc., das muss jetzt aus den Köpfen auf jeden Fall sofort wieder ins Gegenteil, dann wird es jetzt umso mehr jetzt Heimspiel, rein und das Ding gewinnen und ich bin auch gar nicht so, ja ich sag mal, ich könnte mir das schon vorstellen, dass das funktioniert. Ich hätte es mir nur lieber an einem Samstag, also ich weiß, das kann man nicht ändern, aber so an einem Samstag so gegen Hoffenheim, wir brauchen halt jetzt auch, wir brauchen jetzt jede Energie, die möglich ist und an einem Sonntag um 18 Uhr, das ist das, boah, das nervt mich schon. Hitzende Zeit, ja. Es ist eine Kackzeit, wir brauchen doch gegen so eine Mannschaft, gegen die wir emotionalisieren können, wo wir auch die Fans wieder brauchen, die halt auch ihre, wie soll ich sagen, Antipathie, ihre Antipathie Ausdruck verleihen können gegen Hoffenheim, weißt du, da bräuchtest du eigentlich das Optimalste und jetzt gerade im Saisonendspurt, das ärgert mich so ein bisschen, aber normalerweise stimme ich dir da vollkommen zu, ich sehe die Sache jetzt auch nicht so endkritisch, gegen Hoffenheim kannst du gewinnen und was interessiert mich denn die Historie, wir haben auch schon mega geile Spiele gegen Hoffenheim zu Hause gehabt, insofern, weiß ich nicht, ich glaube, es wird halt ganz wichtig sein, dass viele Leute jetzt merken, dass sie sich jetzt hier neu ins Spiel reinspielen können, dass sie neu zeigen können, ja, ich bin aber auch noch hier und ich bin der Dude und ich bin auf jeden Fall richtig gut und dann haben wir jemanden wie Fabian, der sich dann vielleicht wirklich zum Matchman aufspielen kann, das muss das Ziel sein. Ja, zumal ja... Also ich verlange von Fabian auch jetzt, also ich verlange von ihm, dass er jetzt wirklich weiß, was die Stunde geschlagen hat, zu denken, okay, es ist jetzt, es ist seine Chance, die kommt unverhofft, weil er es glaube ich so nicht geschafft hätte, aber dann machst du jetzt, bringst du jetzt bitte auch, Digga, du willst ja wahrscheinlich auch noch zur WM und willst irgendwie, du solltest eigentlich auch froh sein, dass du wieder kicken kannst, also von ihm erwarte ich mir jetzt wirklich, dass er diese Mannschaft, wie er das in der vergangenen Saison, ich erinnere mich an wichtige Tore, die er gemacht hat, auch geile, da hat er alleine die Mannschaft mitgerissen und jetzt will ich nicht, dass er wie ein Fremdkörper wirkt, sondern ich will, dass er auch das bringt und er hat wirklich viel Unterstützung auf dem Platz und er kann wirklich in schlechtere Mannschaften reinkommen, also es ist glaube ich nicht so, er kommt in ein funktionierendes Gebilde und kann absolut, ich erwarte von ihm, dass er derjenige ist, der vielleicht der Kicker ist, der uns im Saisonendspult hilft und das muss er leisten können, weil er eigentlich trotzdem einer unserer besten Spieler ist. Dazu hoffe ich, dass Mascarell ziemlich schnell wieder zurückkommt, er scheint ja jetzt auf Instagram gepostet zu haben, dass er jetzt irgendwie ziemlich nah dran ist und das sind die einzigen Sachen, die mir Hoffnung machen, weil eigentlich überwiegt bei mir trotzdem der Pessimismus, das wisst ihr alle, aber trotzdem, Hoffenheim ist glaube ich momentan einfach für uns zu stark leider und das Einzige, was ich mir einreden könnte, warum es klappen würde, ist das, was der Marvin sagt, aber das spricht eigentlich dagegen, weil es ein Sonntag ist. Ich könnte mir, wenn es Freitagsabends wäre oder Samstagabend oder Samstagmittag, da könnte ich es mir vorstellen, dass so ein ähnlicher Spirit wie gegen Leipzig entsteht, dieses, dass du einfach diesen massiven Kampf bietest und diese Hoffenheimer Mannschaft, die man glaube ich schon so ein bisschen von der Spielanlage mit der Leipziger Mannschaft vergleichen kann und auch mit den Schwächen, die die Leipziger haben, also da sind schon Spieler, wo der Prinz mal einen umwichsen kann und sagen kann, ja Digga, hier ist für dich gar nicht so und fahr wieder zurück nach Sinsheim. Das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann, sowas ist aber glaube ich an einem Sonntagabend um 18 Uhr, weiß ich nicht, in diesen Sontagsspielen fehlt allgemein diese Magie. Das sind oft Spiele, die so vor sich hin plätschern, die Zuschauer merken im Publikum, dass die keiner trinkt, weil er am nächsten Tag arbeiten muss, also das Sonntagsspieler haben ein anderes Flair einfach und das... Ja vor allen Dingen halt auch noch zusätzlich sonntags 18.30, was richtig nach Montag die zweitbeschissenste Uhrzeit ist. Ja, 18 Uhr ist es halt extrem spät. Das sehe ich ganz genauso. Aber wir müssen uns auch vor Augen halten, das ist ein Spiel, das ist wirklich das sprichwörtliche Sechs-Punkte-Spiel. Wenn die Eintracht hier gewinnen, haben sie die Hoffenheimer auf sechs Punkte distanziert. Das müssen die dann in den verbleibenden Spielen überhaupt erst mal aufholen. Und es ist eine unfassbare Chance und ich hoffe, dass Niko Kovac seinen Leuten das ganz klar deutlich machen kann, dass es eben hier ein so unfassbar wichtiges Spiel ist, denn egal, ob das jetzt Richtung Champions League und so weiter und so fort geht, aber wenn wir zumindest die europäischen Plätze sichern wollen, dann ist das Spiel absolut essentiell und dafür muss alles getan werden und ich hoffe, dass sie die Motivation unglaublich hochhalten. Und wenn du dann natürlich noch die die Komponente, die körperliche Komponente dazu nimmst, wie das ist mit Boateng oder vielleicht es gibt ja noch andere Spiele, die eine gewisse Körperlichkeit an den Tag legen. Ich hätte auch mal Bock, ehrlich gesagt, kann ich mir vorstellen, dass vielleicht auch mal so der Barkok mal einer ist, der hier, weißt du, den kannst du auch mal wieder aus dem Hut zaubern. Das ist ein fragfüchter Junge, der trägt den Adler auf den Brust, der ist schon seit Ewigkeiten. Das könnte für den auch mal eine emotionalisierende Kiste sein, den würde ich auf jeden Fall für die letzten 20 Minuten nochmal im Kopf halten. Warum nicht? Ja. Also ich muss sagen, da ist normalerweise aber doch auch ein Danny Bloom gar nicht schlecht. Auch so ein bisschen ein Assi, der auch mal draufgehen kann. Es ist natürlich so eine Sache. Stendera könnte auch mal draufgehen. Warum nicht? Ja, ganz ehrlich. Ja, klar. Das wäre doch das, was ihm noch so ein bisschen fehlt. Wenn der mal seine Galligkeit dazu bekommt, du musst nicht immer der schnellste Spieler sein. Aber wenn du halt irgendwann immer so ein bisschen abgewichster Typ bist und dann der Mark Stendera seinen Charakter nochmal ein bisschen verändern, dann wäre das doch auch ganz geil. Ja, weil er eigentlich der sein könnte, er könnte diesen Mascarellausfall eigentlich eins zu eins auffangen, aber er schafft es irgendwie nicht. Er schafft es nicht, weil es scheinbar die letzten 5% Motivation fehlen oder was. Ich weiß es nicht. Ernährung. Ich habe keine Ahnung, was bei ihm falsch läuft. Ich will es gar nicht von der Ferne krass beurteilen, aber es ist halt an gewissen Stellen schade, aber was heißt schade? Vielleicht schaffen es ja die. Also es ist für mich, wie der Marvin sagt, ich weiß gar nicht, wie ich das aushalten soll, mir das Spiel anzugucken, weil langsam wird es echt ernst. Das ist jetzt das 6 letzte Spiel, danach sind es nur noch 5 beziehungsweise 4, wenn du das Bayern-Spiel rausrechnen, wo wir eh nichts holen. Am Montag drauf spielt Leipzig gegen Leverkusen, das heißt, da können auch nicht beide gewinnen. Ja, Leute. Also direkt am Montag danach, das ist quasi jetzt das nächste Wochenende mit dem Montagsspiel, oder? Also nicht am 9. Genau, das spielen einen Tag später. Ja, und das ist, es wird langsam ernst und es macht mich wahnsinnig. Es macht mich fertig und das ist auch körperlich echt anstrengend, weil jetzt die nächste Woche wird, die wird zäh, auch für uns emotional und das zerrt auch an einem selber, sagt man ja auch, wenn man so diese, du hast diese Wut, dann bist du müde, dann hast du wieder ein bisschen Hoffnung, jetzt unterhalten wir uns hier, ich drehe langsam am Rad, wenn ich überlege, dass wir jetzt am Sonntag gegen Hoffenheim spielen, dann müssen wir eine Woche mit dem Ergebnis leben, egal was da rauskommt, dann fährt jeder nach Leverkusen, um den Mittwoch drauf auf Schalke ein Halbfinale im Pokal zu spielen. Wir haben die ganze Zeit das heraufbeschworen, dass es bald ernst wird und jetzt ist die Zeit und da muss man halt auch erstmal mit klarkommen, ich hoffe, dass die Spieler das tun. Es ist die Zeit, Leute, es ist die Zeit, die Eintracht kann von Platz 8 bis Platz 3 alles erreichen, da sind wir uns glaube ich einig, also wir können es mittlerweile eingrenzen, dass es von 3 bis 8 geht diese Saison. Ja, würde ich jetzt auch so sagen. Und mir wird schwindelig und mir wird schwindelig heiß und kalt, wenn ich denke, dass die Eintracht dritter wird, ich weiß nicht und mir wird aber genauso schwindelig auf eine andere Weise, wenn ich denke, die werden Achter. Es ist übel gerade und macht mich wahnsinnig. Ja, hat man in den letzten 10 Minuten, wo du eigentlich nicht über die Liga reden wolltest, das deutlich gehört. Aber ich glaube, Marvin, du hast vorhin gesagt, diese Thematik 6-Punkte-Spiel etc. und wie wichtig es doch ist, hier ein Zeichen zu setzen, kam anscheinend in den Chefetagen auch an. Ich hatte was von Bobic gelesen gehabt heute, der exakt eigentlich die gleichen in Anführungszeichen Phrasen verwendet hat, die ja genau aber das auf den Punkt bringen, um was es geht. Nämlich, wenn du hier an diesem Wochenende das Spiel für dich entscheidest und dann auch noch so eine dämliche Historie dann endlich mal schlägst und zeigst, oh Mann, wir sind noch da, wir kämpfen da oben mit, das ist, denke ich, moralisch wirklich der hoffentlich dann K.O.-Schlag für Hoffenheim, die ja jetzt sich doch rangekämpft haben nochmal in den letzten Spielen. also das wäre super wichtig und mir zeigt das schon mal, es ist schön, dass auch die Verantwortlichen bei der Eintracht offensichtlich mit der Thematik so offen auseinandersetzen und nicht dann wieder vorgehaltener Hand, ach, wir wollen darüber nicht sprechen und es ist, sondern die Zeiten des Understatements sind lange vorbei, jetzt muss es einfach vorwärts gehen. Dennis, du hast vollkommen recht, finde ich super, aber ganz ehrlich, wir haben April, das musst du auch tun, denn du musst jetzt eigentlich, wenn du seriös dir über die Mannschaft Gedanken machst, musst du jetzt eigentlich auch zwei Kader, du musst zwei unterschiedliche Kader parat haben oder drei sogar, du musst eigentlich, du musst eigentlich drei unterschiedliche Gesprächspartner haben, auf jeden Fall die, die du verpflichten könntest, wenn du in der Champions League bist, die da irgendwie relevant würden, dann die, die in der Euroleague sind, die dich mit in die Euroleague mitnehmen oder halt die, die du nur bekommst, wenn du gar nicht international aktiv bist. Also ich glaube, ihr wisst, was ich meine halt. Die drei, drei Champions League, Euroleague oder nicht international. Genau, weil da musst du natürlich andere Karäter holen und du hast natürlich auch bessere Chancen bei jungen Spielern, das ist glaube ich der eine oder andere auch vom HSV, der bei der Eintracht im Gespräch ist. Ja, das sind halt alles Spieler, die du bekommst, die du aber nur bekommst, wenn du halt gewisse Ziele einfach erreichst und da muss er natürlich als Kaderplaner zuvorderst, muss er sich halt dann Gedanken machen. Aber ja, genau. Ja, hast völlig recht, ja. Obwohl ich sie, ich bin es einfach nicht gewöhnt, dass es so offen, gerade auch von der Eintracht, wir waren natürlich auch lange nicht mehr in der Situation, dass es mal so ist, aber in der Falle wird immer gesprochen, selbst wenn du 39 Punkte hattest, ach, wir brauchen noch den Punkt, damit wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben, etc., etc. Das hat sich jetzt zum Glück geändert und ich finde, man kann, das hatte ich vorhin schon gesagt, man kann halt auch einfach mit so klaren Aussagen halt auch viel besser da zurechtkommen und es hätte jetzt an der Stelle, auch würde es auch überhaupt keinen Sinn machen, das Thema nicht offensichtlich anzusprechen, ja, also ganz klar, die Richtung ist gegeben, wir wollen nach Europa, die Frage ist nur, wie hoch hinaus schaffen wir es am Ende nach Europa zu kommen und da jetzt irgendwie drum rum zu reden, macht ja überhaupt keinen Sinn, ja. Aber Dennis hat schon, ich finde es auch gut, dass es so kommuniziert wird und da kann man auch mal offensiv umgehen, aber da merkst du halt natürlich auch einen Unterschied, ich denke, daran denkst du halt auch, das ist halt der Unterschied zu einem Bruchwagen oder so damals. Genau. Ich habe mir auch gerade vorgestellt, wie er das moderieren würde, weil wir, ja, wir haben zwar sieben Punkte Vorsprung, aber wir müssen gucken, Restprogramm und bla bla bla. Der Bruchwagen will jetzt noch anfangen, dass es ja auch nur noch x Punkte Abstand auf den möglichen Relegationsplatz sind und man darf ja nie vergessen, wo man herkommt und so weiter und so fort. Das wären die Floskeln, die Bruchwagen gebrochen haben. Ach Gott, Leute, wie ich mir einfach am Montag, Dienstag, Mittwoch noch einreden wollte, dass mir das Spiel am Sonntag egal ist und jetzt kann ich wahrscheinlich zwei Tage nicht schlafen und es ist immer das Gleiche. Ja, aber das war doch zu erwarten, war es dir? Hast du echt gedacht, das läuft irgendwie anders? Ja, ich denke, ich weiß, kennst du das nicht, wenn du Sachen genau weißt, kannst du sie aber emotional nicht verhindern. Es ist, mich macht das Spiel jetzt schon wieder fertig. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ach gut, Sonntag schon angefangen, dich fertig zu machen. Du wolltest es nur nicht zugeben. Nee, da habe ich es noch ignoriert, da war ich noch nicht. Nee, hast du nicht. Da habe ich nicht dran gedacht. Mit Sicherheit. Da habe ich nur Angst gehabt, dass mein Lieblingstrainer Nagelsmann hier Jubelposen einschlägt und ich noch sauererer werde, aber nein. Sauererer. Oh Mann, oh Mann. Als nächstes hier auf unserem kleinen Agenda-Zettelchen steht das Tippen für Sonntag und Basti darf anfangen. Es tut mir leid, ich tippe 2-0 für Offenheim. Ich sehe da, ich sehe nichts, was dafür sprechen könnte, dass wir das gewinnen. Okay. Dennis? Ich glaube, wir gewinnen 1-0. Ich denke, das wird aber auch irgendwie ein Standard oder sowas sein, die wir ja hoffentlich mal wieder aus dem Petto ziehen und dann bin ich zufrieden. Also 1-0 werde ich zufrieden. Marvin? Ich nehme 3-0 für die Eintracht. Du nimmst eigentlich 3-0, das wäre jetzt auch das gewesen, was ich auch im Kopf habe. Ich sage auch 3-0. Ich will jetzt einfach, ich will das jetzt. Mann! Ja. Das wäre ein deutliches Zeichen. Ja, aber das musst du an der Stelle auch einfach mal dann haben. Also gerade nach dem ganzen Kram, der da noch ja drum rum war, wo wir gleich auch noch dazu kommen, wäre so ein sehr deutliches Zeichen halt einfach auch angebracht. Wollen wir jetzt noch ganz kurz auf die Sache Kovac kommen, weil wir können es ja, ich meine, wir müssen ja zumindest mal kurz sagen, dass ganz viele Leute mitgemacht haben bei dem Voting, es war dann doch ein Voting, also 100%ig deutlich war es nicht, aber es war ja ein Voting, wo wir gefragt haben, sollen wir unsere Sendegestaltung dementsprechend machen, dass wir über die Cause Kovac sprechen oder nicht? Das haben wir ja bei Facebook und bei Twitter gemacht und da haben sich glaube ich, was weiß ich, ich glaube 700 oder 800 Leute mittlerweile, war eigentlich recht deutlich, dass wir das Thema ansprechen sollten. Jetzt hat sich da ja nochmal ein bisschen was getan. So am Wochenende war es ja eigentlich so zwischen den Zeilen, konnte man sehr deutlich eigentlich rauslesen, dass das Thema zum Ende der Saison aufhört und dann nicht weitergeführt wird. Jetzt gibt es ja sowohl das Statement von Bobic als auch das Statement von Kovac selbst, dass er sagt, das gibt, dass man sagt, nee, das gibt einen Vertrag bis 2019 und der wird erfüllt. Ich muss ganz ehrlich sagen, was mich an dem Thema, nein, andersrum, doch, was mich an dem Thema stört, ist nicht, dass man darüber diskutiert, ob ein Kovac, der ja dann doch jetzt eigentlich ein sehr guter Trainer ist und gezeigt hat, was er kann, dass der früher oder später bei anderen Vereinen auftaucht. Das ist halt einfach so, was mich stört, ist diese Unruhe, die jetzt zum Ende der Saison da reingebracht wird, weil es geht jetzt halt wirklich noch um was und dass diese Unruhe nur aufkommt, weil die Oberen des FC Bayern es nicht schaffen, ihren Saftladen da in den Griff zu kriegen und sich frühzeitig, obwohl es alle wissen, um einen Trainer zu kümmern und deswegen, die die ganze Liga deswegen narrisch machen, weil sie es nicht schaffen, irgendwie mal einfach Leute frühzeitig anzurufen. Da kriege ich einen Halshochziehen von. Habe ich ja auch schon ein bisschen auf Twitter gesagt. Also ich meine, ja, das ist halt, das ist halt wie es ist. Ich meine, dass die Bayern trotz ihrer unfassbar professionellen Struktur nicht überall professionell sind. Schau dir das Pärchen an, was da oben regiert, das ist natürlich schon ein bisschen bitter, um es mal ganz ehrlich zu sagen. Ja, aber sie machen halt damit systematisch nacheinander die ganze Liga irgendwie. Das ist doch, aber das ist ja Absicht, ne? Also ich meine, dass jetzt auch noch zufällig, dass die Eindert nochmal ein bisschen durchgeschüttelt werden, das ist halt ganz klar. Ja, das ist, das ist, damit halten die sich noch andere. Das ist ja, das ist ja auch so ein bisschen, das ist ja so ein bisschen, ja, Penisvergleich, ehrlich gesagt. Ne? Das ist alles so ein bisschen Penisvergleich, so nach dem Motto, ja, aber wenn der FC Bayern wackelt, ja, dann schütteln halt alle auch mit, ja, also nach dem Motto, oh, dann sind alle, oh Gott, jetzt hat der FC Bayern, jetzt wollen die uns einen Trainer klauen. Das ist genau die Reaktion, die die sehen wollen, so nach dem Motto, ja, wir sind halt noch wer, ne, in Deutschland. Wenn uns das gar nicht mehr jucken würde, dann würden die denken, scheiße, was haben wir falsch gemacht? Aber solange uns das immer noch betrifft, denken alle, oh ja, okay, gut, der FC Bayern ist halt doch noch eine Hausnummer, ja. Das ist halt dieses, das ist halt dieses Geplappe. Trotzdem ist da was dran, für mein Dafürhalten, und ich glaube, Basti sieht das genauso. Wir werden abwarten müssen, wie sich das am Ende der Saison gestaltet. Trotzdem, unabhängig davon, ob da jetzt was dran ist oder nicht, fand ich das Statement von zwei, beiden Seiten gut, also sowohl von Bobic als auch von Kovac, dass hier klar gesagt wird, hier Leute, kein Gedanken daran verschwenden, jetzt erstmal Saison beenden, und Stand jetzt ist das das Ziel des 2019, 2018, 2019, immer noch Niko Kovac und unser Trainer ist. Wir wissen alle, es ist Fußballgeschäft, da kann viel passieren, aber da können auch Schweine durch die Luft fliegen, insofern sollten wir da sowieso nichts zu festen. Aber sie machen sich doch mega unglaubwürdig für die Zukunft, wenn jetzt im Endeffekt jetzt auch relativ schnell, und es sickert halt doch relativ schnell auch was durch, falls jetzt in dem nächsten Jahr Kovac nicht bei uns sein sollte und das jetzt zumindest in naher Zukunft irgendwie doch entschieden werden könnte. Das ist doch Fußball, du weißt doch, wie das läuft. Dann wird dann gesagt, ja, und dann kam aber der Uli auf mich und hat mich angefläht und dann hat er gesagt, das ist eine einmalige Chance, er will das, er hat das Vertrauen und dann hat er mir ein Angebot gemacht, was ich nicht ablehnen konnte und dann hat meine Frau hat gesagt, deren Kinder, unsere Kinder wohnen ja eh schon in München, da hat die gesagt, ja, es wäre mir so schön, wenn wir uns gemeinsam am Tegernsee sein könnten und dann habe ich dann gedacht, Aber da kannst du doch die Einfach dann nur besänftigen, indem du sagst, oder die Fans besänftigen, indem du sagst, naja, dafür mussten sie bluten bei der Ablössumme oder was oder wie willst du das dann den Fans verkaufen? Genau, und dann muss halt der FC Bayern 5 Millionen, 8 Millionen hinlegen, das werden die dann auch irgendwie aus der Portokasse schütteln und dann sind wir alle cool und dann ist alles gut und dann gibt es einen Ablössumme. Okay, ja, okay. Das ist das Fußballgeschäft. Wenn wir, ehrlich gesagt, weißt du, und Niko Kovac wird die ganze Scheiße eh schwer fallen. Ich glaube, der würde auch ganz gern, gerade wenn wir international aktiv sind, würde der wahrscheinlich auch ganz gern die Saison noch mitnehmen. Insofern, ich glaube, wir dürfen ihn auch nicht so als abkühlen, durch und durch rationalen Charakter sehen, der diese Zeit, ich meine, er ist ja Anfang dieses Jahres erst lebenslanges Eintrachtmitglied geworden. Das muss auch erst mal was bedeuten, weißt du? Und ich denke, wir müssen es jetzt einfach so mal nehmen. Wie dann aber, wie dann seine Saisonchancen beziehungsweise seine Chancen für seinen weiteren Lebenslauf sind, ja, da haben wir natürlich nur ein begrenztes Wörtchen mitzureden. Ist halt leider so. Wir sind halt zu große Fußballromantiker auch an der Stelle wieder. Stimmt schon, ja, es ist ein normales Business. Du hast schon recht, Mark. Ich finde, der Marvin hat was Gutes gesagt. Das ist gar nicht so, dass man irgendwie dann von Verräter reden würde, sondern ich glaube, das könnte jeder rational nachvollziehen, dass das für Kovac dann einfach diese einmalige Chance ist, weil du siehst, bei Nagelsmann, du bist auch ganz schnell wieder runter von diesem Hype. Also es kann, weil dann spielt er mit Eintrachtplätzen in der Saison, wo er der 14. wird, scheidet in der Euroleague aus und dann ist die Stelle vielleicht besetzt und dann weiß er auch nicht. Also ich glaube schon, dass du als Niko Kovac das machen müsstest, wenn es dir angeboten ist. Meine Befürchtung ist eigentlich, dass der ursprüngliche Plan war, Jupp Heynckes zu überreden, noch ein Jahr zu machen, weil man weiß, dass Kovac noch ein Jahr Vertrag hat und dann zu sagen, okay, da hat er noch ein Jahr internationale Erfahrungen gesammelt, löst den Heynckes hier ab, der hier alles beruhigt hat und dann passt das. Für mich wirkt das so ein bisschen chaotisch, was bei Bayern passiert. René hat es ja angesprochen. Das wirkt ein bisschen chaotisch, weil da viele Strömungen sind. Die einen wollen sich in Richtung europäische Spitzenunternehmen entwickeln, sprich Rummenigge, der würde gerne einen Tuchel haben, der das alles verwissenschaftlicht. So ein bisschen zurück zu dieser Samarreschke-Guardiola-Ära, die meiner Meinung nach auch die beste war der Bayern in den letzten Jahrzehnten, auch wenn da kein Champions-League-Titel rausgekommen ist. Also das kannst du halt auch nicht immer planen, siehe Liverpool. Das ist, Guardiola kann der beste Trainer der Welt sein, er ist trotzdem nicht davor gefeit, auch mal dem Spiel Pech zu erlegen. Es ist halt einfach so. Das verstehen vielleicht manche nicht. Aber dann gibt es halt noch die andere Strömung, das ist hier unser hemmsähnmlicher Würstel-Uli, der sich nicht entscheiden kann. Und der dann genau das macht, was der Marvin sagt. Der deutsche Markt wird dominiert. So wie dieser, ich weiß nicht, auf mich wirkt Hoeneß wie einer, ja, weil ich glaube, an die ganzen krassen internationalen Trainer kommen die vielleicht nicht ran, weil die andere, also die können andere Möglichkeiten in der Premier League haben, wo du ganz andere Budgets hast. Das ist wie einer, das ist wie einer, der es vielleicht, keine Ahnung, in der Stadt nicht geschafft hat, geht zurück in sein Dorf zurück und macht da einen Breiten. Also so, der einfach dann zeigen will, okay, aber hier bin ich immer noch der Chef. Genau, und dann legst du dich halt mit einem Fein wie der Eintracht an, wo du denkst, ja gut, die Eintracht kann euch nicht an den Schwanz pissen. Ihr habt vielleicht das Trainerduell mit Tottenham verloren, weil ihr Pochettino haben wolltet. Keine Ahnung. Das ist alles auch nur, da will ich auch gar nicht weiter drauf eingehen, das ist alles eine Spekulation. Für mich ist das Hauptthema an dieser Sache, dass es überhaupt ein Thema ist, das ist, egal ob Kovac geht oder bleibt im Sommer, dieses Fass ist jetzt offen und es wird jetzt anfangen, dass Leute, inklusive mir, dass ich mich dabei erwische, zu denken, ja wer weiß, jetzt verlieren wir gegen Hoffenheim, dann wird es Leute geben, ich werde das nicht tun, aber es wird Leute geben, die dann sagen, ja es liegt in der Trainerdiskussion und so bla bla bla. Die Aussagen von Eintracht sind natürlich gut, aber die sind auch nicht zu 100% gut, weil wenn Kovac wüsste, dass er zu 1000% hier bleibt, dann könnte er sagen, Leute, ich bleibe zu 100% bin ich hier nächster Trainerpunkt, dann ist diese ganze Kiste, ist ciao, da reden wir hier gar nicht mehr drüber, dann würden wir sagen, ey, falsches Thema, hat sich erledigt, Gott sei Dank nochmal Glück gehabt, nein, dieses aber nach Stand jetzt und nach jetzigem Stand und wer weiß, was im Fußball passiert und macht euch heute keine Gedanken und nächstes Spiel, genau wie dieses Spiel, Interview vor dem Spiel in Bremen, was ein bisschen merkwürdig war, so von wegen, lassen sie uns jetzt in Ruhe und so, das ist trotzdem unglücklich, egal wie das Ergebnis danach ist und ich kann ihn auch verstehen, vielleicht weiß er es auch noch gar nicht, weil wie ich es gelesen habe, wollten die Bayern-Bosse sich überhaupt erst vor dem Sevilla-Spiel zusammenhocken und irgendwie diskutieren, was die Alternativen sind, das dauert ja auch so ein Prozess, da musst du dort anrufen, da musst du dem Bescheid sagen, musst gucken, was ist möglich, dann gibt es Ausstiegsklauseln, so ein Ding dauert, wie mit Anwälten und was weiß ich, dauert wahrscheinlich auch eine Woche, zwei, drei, vier, keine Ahnung und die Sache ist die, für mich stehen die Chancen nur noch 40%, 30%, dass Kovac bleibt. Das würde ich im Sommer traurig finden, da würde ich verkraften, was mich aber abfuckt, dass das, wir haben es schon erzählt, verletzte Pech in Bremen, das kommt jetzt auch noch dazu und das könnte, ich habe Angst, dass das das ist, egal wie das Ergebnis ist, aber alleine die Diskussion und diese Unsicherheit, die jetzt jeder hat und auch die Mannschaft vielleicht hat, dass das, das Mosaik ist, was diesen ganzen Haufen zum Einsturz bringt, davor habe ich richtig Angst, ich habe Angst, dass das das Letzte ist. Ich hatte mir auch eine klare, eine klare Aussage gewünscht, aber das, was gekommen ist, das war zwar eine Aussage, aber so klar, wie ich sie gerne gehabt hätte, war sie jetzt auch nicht. Die ist auf jeden Fall nicht vor Gericht haltbar, das heißt also, ja, das ist halt im Geschäftsleben so, man lässt sich da jetzt auch alle Türen auf, man versucht es irgendwie so ein bisschen zu besänftigen, aber ja, wirklich besser gemacht hat man es dadurch auch nicht. Aber Marvin will noch was sagen, weil der muss nämlich dann jetzt auch gleich mal hier noch zu anderen Terminen. Ja genau, ich muss leider weg, ich wollte nur noch ganz kurz sagen, lasst uns trotzdem fokussieren auf die nächsten Spiele, ich weiß, es ist nicht das stärkste Statement, was es jemals gegeben hat, aber es ist immerhin ein Statement, daran müssen wir uns festhalten und ich glaube, dass Kovac überhaupt noch nicht sicher ist und dass es wichtig ist und dass wir jetzt die Zeit, die wir jetzt noch haben, egal wie viele Spiele das sind, das kannst du auch positiv nehmen, ja, ich meine, wer weiß, wie die Kommunikation intern ist, ja, ganz ehrlich, die meisten Spieler, die gerade bei der Eintracht sind, werden nie wieder dieses Konstrukt zusammen haben, was aktuell passiert, ja, du wirst nie wieder diese Chance haben und du wirst wahrscheinlich nicht mehr unter diesem Trainer, in diesem Konstrukt zusammenarbeiten, dann muss ich doch die letzten Spiele alles dafür geben, dass ich mir, ganz egoistisch, einen Mark in der Gesellschaft, in der Geschichte lasse und mit der Eintracht das Unmögliche erreiche, denn meine Güte, jeder dieser einzelnen Spieler wird am Ende des Tages, wenn die Eintracht die Champions League schafft, für immer im Gedächtnis jeder Eintracht-Fan sein, ja, das ist die einzigartige Chance, die ich habe und dann sind so temporäre Kisten, wie, naja, der Trainer könnte irgendwann weg sein, auch scheißegal, denn da muss ich auch als Spieler egoistisch sein und muss sagen, was kann ich denn hier erreichen mit einem Fußballverein, von dem jeder gedacht hat, naja gut, wir werden Achter bis Zehnte und wenn wir jetzt in die Champions League kommen, ja, dann sind wir die Geilsten, dann sind wir die Geilsten, was ist los mit euch, ja, was ist los, Hoffenheim, warum habt ihr das nicht geschafft, was ist los, warum haben wir Leverkusen hinter uns gelassen, ihr habt so viel Geld, Gladbach, hallo, und die Hertha, die immer der Hauptstadtclub, der noch nicht mal einen ordentlichen, Flughafen hat, ja, alle hinter uns gelassen, das kann das Magische sein, ich denke, das sind die letzten, das sind die letzten Gedanken, die die Eintracht-Spiele haben sollten und nicht irgendwelche Trainerdiskussionen. Ja. Perfekt. Mach's gut, Marvin. Bis nächste Woche. Ciao. So, der Herr Basti denkt jetzt auch sehr ausführlich drüber nach, wie das sein könnte, mit der Eintracht in der nächsten auf Champions League-Reise zu gehen und wird jetzt noch konfuser, als er vorher schon war. Ich würde sagen, die Trainerdiskussion können wir dann an der Stelle soweit auch beenden. Wir sind gefragt worden, wer denn für uns ein geeigneter Nachfolger wäre, die Diskussion würde ich jetzt ungern hier aufmachen, sondern das dann wirklich das dann auf den Zeitpunkt verlegen. Das fände ich sogar noch besser als Kubatsch, da wäre ich gar nicht traurig, dass er weg ist, der ist noch cooler. Bist du jetzt gefälligst ruhig? Denkst du jetzt bitte an die Champions League? Team Billage. Ja, ja. Coming out. Ja, genau. T-Shirts ab nächster Woche. So, wir müssen noch zwei kurze Dinge hier anmerken, bevor wir zur gewohnten Lieblingskategorie kommen. Wir haben einmal eine Frage bekommen von unserem Hörer-Superheld per Twitter und zwar als Nachfrage oder späte Rückfrage zum Spiel gegen Mainz, wo ja Aktionstag der DFL war gegen Rassismus und Diskriminierung. Motto war Strich durch Vorurteile und er sagt, er hat im Nachhinein, außer dass es halt an dem Tag groß von Aktionsspieltag gesprochen wurde, jetzt im Nachgang nichts mehr mitbekommen, ob das wieder so ein typischer Sturm im Wasserglas war. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da auch nichts mitbekommen. Ist euch da noch irgendwas im Nachgang aufgefallen oder ist es so, ja, jetzt haben wir mal 90 Minuten Werbung dafür gemacht, jetzt reicht es aber auch? Das ist leider wie oft bei diesen Aktionen, dass er an dem Spieltag selbst, klar, wurde mir damit an mehreren Stellen irgendwie, ich sage mal, ist mir in Kontakt damit gekommen, aber ansonsten, danach, nö, eigentlich, also gar nichts mehr. Auch die Werbespots im Fernsehen generell auch, weiß ich jetzt gar nicht, ob danach dann nochmal was ausgestrahlt wurde. Sonst oft vor der, nach der Halbzeit, vor oder nach dem Spiel war das ja, glaube ich, auch an dem Spieltag selbst im Fernsehen dann, aber danach, also das war offensichtlich wirklich eine Aktion, die wirklich als Aktionsspieltag auch so nur vorgesehen war von den, ich weiß nicht, ob die Investgelder nicht für mehr gereicht haben, aber es ist, also mir ist nichts mehr aufgefallen. Basti, wie war es bei dir? Ich habe das Thema verpasst gerade. Aktionsspieltag, Strich durch Forturteile, nur, glaube ich, gegen Mainz war das. Gegen Mainz war das, genau, und ob es danach noch irgendwas gab, ich habe nichts mitgekriegt. Ich auch nicht. Ich habe jetzt, ich habe es verwechselt mit der United Colors of Frankfurt, ich habe es jetzt verwechselt. Ne, das ist ja die Frankfurter Aktion, die läuft ja gerade. Genau. Ne, das andere war ja die, die DFL. Da habe ich keine Informationen dazu leider. Ja, dann war das wieder so der typische Sturm im Wasserglas, wir machen mal einen Tag lang ein bisschen Werbung und das war es dann auch schon. Great. Irgendwohin mit dem Geld, also für irgendwas muss es ja auch. Ja, wir haben noch Geld übrig, was machen wir damit? Ah ja, lass uns was gegen Vorurteile machen. Alles klar. Ja, prinzipiell ist ja die Idee gut, aber es wird oft sehr, sehr stimmhaft umgesetzt. Ja, das erinnert ein bisschen an diese Sparkassenwerbung. Wir machen das mit den Fähnchen. Gut, dann kommen wir vom Dummschwätzer DFL zu anderen Dummschwätzern und mal schauen, was wir da so haben. Danke, danke, danke sehr. Aber es ist dann auch wie im richtigen Leben, jede Kopie ist leider nicht so gut wie das Original. Und wir haben auch hier Hättet ihr das für uns eingesprochen? Das ist immer ein Klassiker. Ja, das ist, wir haben auch diese Woche wieder ein paar ganz vorzügliche Nominierte dabei. Ich hatte ja vorhin noch mal rumgefragt, weil noch ein paar wenige da waren und mein Gott, was ihr da alles rausgehauen habt. Huiuiui. Ja, aber vorneweg, weil es zum Thema eben passt. Ich nominiere ihn jetzt eiskalt, weil dann raste ich auch aus und kriege ihn her. Das ist Lothar Matthäus. Ja, kannst du gleich. Erstmal müssen wir auflösen, wer letzte Woche gewonnen hat. Wir erinnern uns noch, wir hatten folgende Nominierte. Einmal Kalle Rummenigge für seine 50 plus 1 Reaktion. Dann hatten wir Michael Asselm für diesen Bayern-hörigen FAZ-Artikel, Pit Gottschalk. Berthold für seinen Kommentar in der Bild zum europäischen Kanonenfutter und die DFB beziehungsweise den DFB-Anwalt. Und gewonnen mit 56,3% hat Kalle Rummenigge. Wer hätte das gemacht? Wer hätte das gemacht? Einen eigenen Preis. wie viele Preise der schon hat. Ja. So, und damit kommen wir zu den Nominierten für diese Woche. Wie gesagt, da sind so einige dabei. Das ist echt großartig. Gleich der Erste hat in sich eine Hörernominierung von unserem Hörer at FP HRA. Und zwar nominiert er Reinhard Grindl für seine Aussage. Achtung, ich zitiere. Also abgeschrieben von der Sportschau. Wenn wir bei 95% richtigen Entscheidungen sind und dann noch sagen, wir lehnen den Videobeweis ab, weil wir die 5% noch nicht erwischt haben, dann kann ich das nicht nachvollziehen. Also wir lernen, 95% ist das neue 100%. Vor allen Dingen hatte er ja, was sich auch interessant war, dass er scheinbar dieses Hannover abseits von Leipzig gar nicht gesehen hat, aber gleich gesagt hat, das war deutlich, aber stellt sich raus, hat es gar nicht selber gesehen. Hat das irgendwie verteidigt. Ja. Es ist so, bei ihm ist es oft so, dass du merkst, er widert Sachen, wo er natürlich eigentlich auch einen Diskussionspunkt hätte, weil man kann über diesen Videobeweis auch positiv diskutieren. Das Problem ist, nur dazu musst du dich damit beschäftigen. Und bei ihm habe ich das Gefühl, der macht das nicht. Der macht das mit allen Sachen nicht. Also der diskutiert immer, probiert Pro-Argumente zu finden, die dann aber am Ende des Tages gar nicht diejenigen sind, über die diskutiert wird. Ja, er plappert so ein bisschen nach und hat überhaupt nicht sich selbst mit der Thematik beschäftigt. Genau. Das hat man wirklich oft das Gefühl, das stimmt. Das Ding ist halt einfach, es geht auch nicht darum, um eine Prozentzahl beim Videobeweis. Es geht nicht zu sagen, oh, das ist für heute, ich habe noch keinen gehört, der gesagt hat, oh, durch den Videobeweis haben sich die Fehleinscheidungen gehäuft. Nein, es geht um viel andere Dinge. Es geht um die Transparenz, um diese merkwürdige Umstellung, die es im Winter gab, um die Veränderungen, die heimlich gemacht wurden, dadurch, dass du im Stadion und am Fernseher sogar nichts mitkriegst. Das ist so. Dann geht es darum, dass du das Gefühl hast, dass Sky instruiert wird von der DFL, ja, nicht negativ darüber zu berichten, das immer wieder zu umgehen, Moloto Matthäus soll irgendwas lügen. Und da um solche Sachen geht es. Es geht einfach darum, dass du das Gefühl hast, dass ein Altherrenverein irgendwie Laptops hingestellt bekommen hat und die wissen nicht mehr, wie die angehen. Und das funktioniert einigermaßen, aber dann fallen die kalibrierten Abseitsdienen aus. Dann wird es in einem Stadion so bewertet, im anderen so. Bei Bayern gegen Dortmund, was war das denn? Da wird das erste Tor gegeben, aber es gab es Abseitsdiener, das zweite dann irgendwie nicht, obwohl das nicht so... Also, was machen die denn? Du denkst, und das hat doch nichts mit Prozentzahlen zu tun. Aber vor allem die Aussage von Held, jetzt bleiben wir mal bei diesem Hannover-Ding, war ja auch, dass er durchaus gesagt hat, naja, in dem Fall ist halt Abseits gepfiffen worden, aber es gab halt Situationen, wo es halt keinen Abseits gab. Und wenn wir sowas machen, dann wollen wir halt auch einheitliche Entscheidungen haben. Jetzt ist Abseits natürlich auch schwierig, weil es da halt eben auch unterschiedliche Abstufungen irgendwie gibt, aber genau das ist ja das Problem, dass du halt nicht weißt, warum wird denn der einen Situation so entschieden und warum so und vier Wochen später wird halt wieder komplett anders entschieden, ohne dass einem klar gesagt wird, warum? Also, ich kann ja nicht nach Regeln spiegeln, wenn ich diese Regeln nicht kommuniziere. Das funktioniert auch nicht. Genau, das ist diese Transparenz, von der der Bast ja eben auch schon gesprochen hat. Auch bei dem Bayern-Spiel, um das auch nochmal als Beispiel zu nehmen, es ist ja schon witzig, wenn dann nicht mal mehr... Also, es nimmt ja auch die Emotionen komplett raus. Sind wir uns ja alle einig? Es ist einfach so, du stehst da, als Fans fällt ein Tor und dann spielen sie nicht mal den Torsound, weil sie erst mal abwarten müssen, was ist denn überhaupt los? Dann wird da 30, 40 Sekunden völlig intransparent irgendwas rumgewurschtelt, der Typ, der Schiedsrichter unterhält sich, du merkst, es ist Unruhe, du merkst, die Fans... Manchmal geht er noch an die Seite dann. Ja, es ist fürchterlich und warum wird das nicht über ein Video würfeln oder warum sagst du nicht dann wenigstens so, hier wird gerade das und das nur einfach, damit du sagst, okay, es könnte abseits gewesen sein, wir überprüfen das schnell oder sonst irgendwas. Das muss einfach schneller gemacht werden. Es ist nicht da eine Minute erst mal in Unkenntnis, alle denken schon, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott und dann zeigt er irgendwas an, entweder es ist Abstoß oder was weiß ich oder es wird faul gefiffen oder nicht oder Elfmeter, es nervt. Es nervt wirklich und es ist für die Fans insbesondere im Stadion ätzend, aber jetzt komme ich nochmal, um den Bogen wieder zum Bayern-Spiel zu bekommen, selbst am Fernsehen habe ich mit Leuten gesprochen, die die Bayern total immer Fernsehen gucken und sowas, die haben gesagt, das ist ja zum Kotzen, wenn ich mich vom Fernseher nicht mal mehr freuen kann, weil ich keine Informationen bekomme und da einfach eine Lücke ist. Und das kann nicht der Videobeweis sein, wie wir ihn in Zukunft wollen. Du kriegst im Fernsehen ja sogar noch mehr Informationen als im Stadion. Ja, da stehen 52.000 Leute im Stadion und wissen halt über drei Minuten überhaupt nichts. Da habe ich recht, René, die Fernsehzuschauer sind ja die, die angeblich hier das Mods Geld reinbringen, etc. etc. Und dementsprechend, wenn die sich jetzt beschweren, habe ich zumindest auch ein bisschen Hoffnung, dass sich daran was ändert, dass zumindest ein bisschen klarer kommuniziert wird. Weil wenn die sagen, habe ich keine Lust mehr drauf, gucke ich mir nicht mehr an, weil der Videobeweis mir die Freude am Fernseherlebnis nehmen, ich glaube, dann haben wir eine Chance, dass vielleicht der wirtschaftliche Aspekt dazu führt, dass sich daran was ändert. Stadion, das interessiert doch keinen. Stadion interessiert das keiner. Die Leute da das wissen oder nicht. Aber ich finde trotzdem, dass es im Stadion nicht so transparent ist wie vom Fernseher, sollte man ja eigentlich meinen. Aber ich finde noch krasser, dass es selbst am Fernseher nicht ist, weil die haben ja alle Möglichkeiten. Die können ja 10, 20 Zeitlupen zeigen. Dann weiß ich nicht, um was es gehen könnte. Aber das machen die auch nicht. Die zeigen dann erstmal keine Zeitlupe. Und die wissen ja auch nicht, was los ist. Das ist das, was ich da auch denke, ist, dass da nicht im Endeffekt die Videoszenen so nochmal aufbereitet werden, um nicht noch mehr Unruhe reinzubringen. Und es noch intransparenter zu machen. Es sorgt halt echt für Ärger. Es sorgt für Ärger. Und ich würde mir gar nicht vorstellen, wie ich jetzt hier reden würde, wenn ich Köln-Fan wäre. Also die haben ja wirklich, da kamen ja auch wirklich raus in gewissen Situationen bei diesem Last-Minute-Ding von Pizarro, wo am Ende dann ein Standbild gezeigt wurde, wo es dann doch kein Abseits war. Oder die Szene mit der Blasis, wo du jemand, selbst der Videoschiedsrichter schaut nochmal drauf und der berührt ihn überhaupt nicht. Und dann gibt's, das Ding ist ja, guck mal, du hast ein Spiel, wo du eine Abseitsentscheidung hast und das ist ja alleine schon die Krux, die kannst du niemals auflösen. Wenn du das Abseits abpfeifst, kannst du es nie mehr zurückholen. Selbst wenn der Video, wie du es dann siehst, ja, es war gar kein Abseits. Und dann willst du die Szene nachspielen. Das geht ja nicht. Aber wenn ich das, ich möchte nochmal einen oben draufsetzen. Ich habe mir die letzte Folge von Colinas Erben angehört, was ich an dieser Stelle schon mal vorsorglich empfehlen möchte, weil es einfach diese Situation auch nochmal gut aufarbeitet. Und was ich dabei gelernt habe, ist, dass in den offiziellen Regeln für Abseits nicht drinsteht, dass der Zeitpunkt entscheidend ist, wann der Ball den Fuß des ballführenden Spielers verlässt, was ja immer im Fernsehen gezeigt wird, so nach dem Motto, da ist der Pass gespielt worden, sondern zu dem Zeitpunkt, wo er quasi den Ball annimmt. Was, 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 was? Na, du hast irgendwie so die Situation, du hast den Stürmer, der steht irgendwie so auf gleicher Höhe mit den Abwehrspielern, du hast den Mittelfeldspieler, der nimmt den Ball, guckt, wo ist der Stürmer und schießt und in dem Moment, wo er schießt, ist der Stürmer im Abseits. Nach meinem Verständnis ist aber der komplette Zeitraum entscheidend. Nicht der Zeitpunkt, wo der Ball weg ist, sondern der komplette Zeitraum, wo der ballführende Spieler den Ball hat. Und das wird ja im Fernsehen auch immer falsch gezeigt. Also es heißt einfach, diese Regeln sind nicht so klar und da weiß keiner so richtig, was er da gerade tut, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Okay. Also es wird halt gerade auch sehr suspekt. Ja, diese ganzen Regeländerungen und keiner weiß mehr, wo da irgendwie was ist und es ist halt... Ja, ich weiß nicht, ich hätte mir gewünscht, dass sie das, ich weiß gar nicht, wie man es macht, aber die hätten das vielleicht irgendwie testen. Ja, ich weiß nicht genau. Ich sehe auch ein, dass das schwierig ist. Andere Riegen haben das doch jetzt eingeführt nach dem Vorbild von Deutschland. Habe ich das nicht letztens irgendwo gelesen gehabt? Irgendjemand hat jetzt das adaptiert, dieses System, das deutsche System ist jetzt in irgendeiner anderen Liga, wird das jetzt eingeführt, weil es ja hier so super angeblich funktioniert etc. Wo ich mir denke, also wir beschweren uns ja schon genug darüber. Welche Liga hat denn in dem Video Beweis jetzt noch eingeführt? Also Italien hat gleichzeitig mit uns irgendwie Testphase, die machen das ja wesentlich intensiver. Ja stimmt, ich glaube Spanien war das. Ich glaube, die haben das nach unserem Vorbild gemacht. Also ich muss wirklich sagen, verstehe ich in dem Sinn nicht, weil wir sind ja noch in der Beta-Phase hier eigentlich, dass dann auch gesagt wird, ich glaube bei der WM oder was wird es ja jetzt auch eingeführt. Ich muss sagen, wir sind einfach noch nicht so weit. Wahrscheinlich müssen wir es einfach auch aushalten. Vielleicht ist es halt, das ist jetzt halt die Saison und es wird vielleicht noch ein, zwei so sein. Ja, die Spanier nutzen das nächste Saison. Wo du das einfach in der Praxis die Fehler leider erst Learning by Doing wahrscheinlich ausmerzen kannst. Wahrscheinlich ist es leider so. Vielleicht, klar ärgern wir uns jetzt, aber vielleicht ist es einfach dann der Weg dann, dass es irgendwann besser ist. Ich weiß aber nicht, das Problem, wie für mich verändert es halt das Spiel, was mich am allermeisten stört. Früher war es schon so, dass ich mir irgendwann angewöhnt hatte, zum Niedenrichter erst zu schauen und dann mein Bier aufschmeißen und mich irgendwo auf jemanden zu stürzen. Jetzt mittlerweile, jetzt mittlerweile guckst du ja dann erstmal und dann ist ja diese erste Freude ist ja eigentlich weg. Also diesen absoluten Jubel hast du ja eigentlich nur noch bei Fernschüssen. Ja, das stimmt. Da kann jetzt gar nichts passiert sein. Wenn der den reinwichst, da kann nichts sein. Da weißt du, okay, ich kann ausrasten. Aber mittlerweile hast du es ja immer... Das ist schwierig. Es nimmt dir Emotionen. Ja, das stimmt. Du hast aber auch gleichzeitig auf der anderen Seite, wo das Tor in Dortmund gefallen ist, das 3-2, ich stand hier im Stadion und hab irgendwie gehofft, dass jetzt gleich der Schiedsrichter irgendwie so ein Zeichen macht. Und ich dachte, vielleicht stand er doch im Abseits. Oder weißt du, ich hab ja der Costa nicht gesehen von hinten. Da hab ich gesagt, da hab ich irgendwie gewartet. Weil der Eitra, muss man ja auch sagen, hat's ja auch einen gewissen... Ja, Eitra hat's auch schon oft geholfen. Wenn du überlegst, diese kleine Szene gegen Leipzig, die wir hatten, das hätte ich nicht mal im Fernsehen erkannt. Also das hätte ich nicht mal im Fernsehen mit 30 Zeitlupen, hätte ich nie gedacht, dass es Abseits ist. Also da muss... Das ist... Es geht nicht darum, um die Häufigkeit der Fehlentscheidung, weil die hatte man vorher auch. Es geht wirklich, wie ihr es sagt. Du hast mittlerweile das Gefühl, dass es auf jedem Platz, an jedem Spieltag anders sein kann. Und du vergleichst natürlich die Szene. Da kann ich auch die Manager und die Trainer, die sich aufregend verstehen. Wenn ich irgendwie sehen würde, der HSV schießt ein Abseits-Tor in Leipzig irgendwie, ein Meter, und es zählt, und dann schießt der FC Köln in den 90-Minuten-Ausgleich, was noch harsch, was noch knapper ist, und das wird dann nicht gesehen. Da würde ich mich fragen, dann ist die Technik scheinbar genauso fehlerhaft wie der Mensch. Dann kann man es auch gleich wieder abschaffen. Ja. Ja. Sollen wir mal weitermachen mit unseren Nominierten? Wir haben noch ein paar. Können wir machen. Der nächste Nominierte, oder es sind quasi mehrere in einem, kommt von unserem Hörer At Desert Lounge. Und zwar nominiert er, ich habe es jetzt mal so zusammengepackt, die Berliner Zeitung Frank Willmann und Wolfram Eilenberger. Das war, glaube ich, ein Auszug, der da abgedrückt worden ist oder veröffentlicht wurde von einem längeren Beitrag. Wolfram Eilenberger ist ein Soziologe oder was? Ich muss gerade noch mal nachgucken. Philosoph. Philosoph, genau, Entschuldigung, nicht Soziologe, sondern Philosoph, der sich seit längerem auch mit dem Thema Fußball beschäftigt und unter anderem im letzten Absatz, ganz grandios, mit der Art und Weise, wie man RB Leipzig kritisiert, dass sie Kultur verändert sind, Anschluss verloren haben, künstlich sind und so weiter. Einen Vergleich herzieht, dass das das Gleiche gewesen wäre, wie man in der Zeit von 1915 bis 1945 über die Juden gesprochen hat. Oh Mann, ey. Also, man kann halt auch irgendwie aus allem in Zusammenhang herleiten, aber dem fand ich schon sehr absurd. Das ist aber, das ist auch so ein, das ist so ein Troll, das ist so im Endeffekt einfach ein Zeitungstroll, der schreibt immer solche Sachen. Der schreibt immer solche Sachen, um die Aufmerksamkeit zu kriegen. Das Ding ist, man hat da natürlich einen Punkt, weil er ist auch nicht dumm und mit Sicherheit kann man, wenn man das so konstruieren will, kann man das auch konstruieren, weil Leipzig mit Sicherheit an gewissen Stellen auch so, also, aber nee, halt einfach dein Maul. Also, so jemand müsste man eigentlich ignorieren. Also, das ist so, komm, hau ab, so, kümmere dich um andere Sachen. Das ist dieses, ich brauche unbedingt Aufmerksamkeit und ich weiß genau, dass sowas dann Aufmerksamkeit kriegt. Eigentlich darf man über solche Leute gar nicht reden, weil das ist das Einzige, was ich ihn frage, was willst du denn, was weißt du, also, lass mich in Ruhe. Genau. So, dann haben wir den Nächsten, einen absoluten Klassiker. Ich habe fürchterlich gelacht, als ich es gelesen habe und zwar ist das nominiert worden von unserem Hörer Ed, Herr Horst und zwar nominiert er Edward Edmund Stoiber für folgenden Satz, ich zitiere wieder, Uli und Kalle sind mit ihren 66 beziehungsweise 62 spritzig, kreativ und gestalten die neuen Entwicklungen im nationalen und internationalen Fußball mit. Spritzig und kreativ, oder? Prost, der liebe Edmund. Für den Edmund Stoiber wirkt das garantiert so. Ja, gut, aber für den Edmund Stoiber wirkt er wahrscheinlich auch Johannes Heesters noch spritzig und kreativ. Der Edmund Stoiber, der kriegt ja gefühlt seit Jahren schon nicht mehr viel mit. Also der, der ist ja wirklich irgendwie schon ein bisschen umnachtet. klar sieht er das so, aber das heißt leider nichts. es hilft den Bayern auch nicht und ich glaube, es gibt den einen oder anderen Bayern-Fan, der sich wirklich jemanden Spritzigen wünschen würde und nicht diese scheinbar zerstrittene Führungsebene beim FC Bayern, die gefühlt für mich alles andere als fortschrittlich gerade ist. Also wenn jemand so ständig an irgendeinem fast 80-jährigen Trainer festhalten will, der natürlich das gerade gut moderiert, aber also der FC Bayern hat für mich in den letzten Jahren schon ein paar Rückschritte gemacht, muss ich sagen. Fußballerisch und auch. Innovativ geht anders. Ja, also das ist so, die haben für mich wirklich, also wenn ich den Guardiola-Fußball und Van Rahl-Fußball auch noch, wenn ich die vergleiche, das ist für mich schon noch ein Unterschied. Das siehst du auch an einzelnen Spielern, David Alaba, der Guardiola wusste den 1-1 einzusetzen. Das gibt es halt oft so. Wenn du einen Trainer hast, der geil ist, Julian Weigl ist auch so ein Beispiel. Tuchel wusste ganz genau, was er mit denen macht. Zack. Guardiola genauso. Heike, es ist wahrscheinlich echt ein guter Moderator, aber das wird auch nicht immer so gehen. Die können froh sein, dass er denen jetzt gesagt hat, hier, jetzt lass mich in Ruhe, weil, ja, keine Ahnung, aber das ist auf jeden Fall ein Zitat, aber gut, es passt zu Edmund Stoibert. Die sollen warten, bis die WLAN in ihren Bussen haben und ihn sagen. Auch ein geiles Bild da. Ja, fand ich auch. Auch was rumgegangen ist. Oh, mein Handy, ich habe WLAN im Bus. Grüße. So, wir bleiben im schönen München und zwar die Hörernominierung von unserem Hörer Ed S. Deckenbach und zwar nominiert er Hassan Ismaik für seinen grandiosen April-Scherz nicht. Habt ihr das mitgekriegt auf Facebook? Nee. Er hatte gepostet, dass es ihm sehr leid tun würde und dass man keinen gemeinsamen Nenner gefunden hat und dass er sich jetzt dazu entschieden hätte, einen eigenen Fußballverein zu gründen in weiß nicht mehr wo und er würde ihn TSV 1860 Aman nennen und er wäre gerade im Verhandeln mit irgendwie einem und so weiter und tralala und hat das sehr ausführlich geschrieben und es war halt einfach ein April-Scherz, aber es war halt einfach ein sehr blöder April-Scherz. Und die Kommentare sind halt auch sehr eindeutig von Arschlauch bis zu dem W-Wort. Ja, ganz ehrlich, also so einer, der sollte froh sein, dass die Leute ihn noch nicht persönlich angegriffen haben, was der da für ein Schauspiel veranstaltet hat. Ja, und dann auch noch so ein April-Scherz. Dann zu denken, ho, 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 also ich weiß nicht, der Typ ist mir sehr suspekt, wenn ich das mal moderat sagen darf. Ich probiere mich heute. Es ist Donnerstag, die Leute merken, ich bin ein bisschen ruhiger. Bisschen nachsichtiger bin ich heute. Also alle, ich hätte zu allen Bergen auch noch andere Worte gefunden. Ja, aber auch nur, weil du diese Woche schon unwillkürlich drei Stunden 93 aufgenommen hast. Na gut, aber da habe ich ja das nur angeteasert, was wir hier dann seriös besprechen. Das war eine Werbeveranstaltung für den Eidra-Podcast. Wir können ja gleich noch über den Panther und über den Elefanten sprechen. Vielleicht kommt es dann wieder Panter. Herr Panter ist geil, Alter. So, machen wir weiter. Aber du hast gerade die Brücke geschlagen, die wir nicht lösen konnten, René. Was denn? Jetzt wissen wir, warum der Elefant so eine Angst hat. Der vor dem Panther. Ja? Ja, siehst du mal. Das ist mir gar nicht eingefallen. Ja, René hat es gelöst. Der hatte dann Angst. Sehr gut. Ja. Ich Auftrag an den Glonsch ein Bild von der Situation, die dazu führt, dass dieser Elefant so sehr in Angst ist mit dem Maskottchenaufbild. Genau. Wir steigern das jetzt. Ich hätte gerne den Elefanten, den Panther und Edmund Stolber auf dem Bild. Also Glonsch, Hausaufgaben bis morgen. Rezeptet würde ich sagen. Grüße nach Hamburg. Genau. Nächster Nominierter von unserem Hörer Ed Lethal Suspect, der Stadionsprecher von Schalke für das Bejubeln von das 2-0 von Guido Ich will ein Kind von dir, Burgstaller. Das ist auch eine Unart, die sich scheinbar jetzt ein bisschen um sich greift. Letzte Live-Enderung, die ich da dran hab, ist der Filteratmung, der, 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 ich wichse da alles weg, der Idiot aus Gladbach, der beim Elfmeter den Marco Russ verwandeln sollte, glaube ich, dass den Marco Russ auch nochmal durch die Stadionmikrofone gesagt hat, hier, wenn du jetzt nicht triffst, geh, dann ist es vorbei. Fick dich, Junge, die Eintracht ist weitergekommen. Also, nein, und solche Sachen das finde ich, ich glaube, das ist auch gar nicht erlaubt, oder nicht? Geht gar nicht, ne. Normalerweise sollte es nicht, also es ist absolut unsportlich und kann ich mir nicht vorstellen, dass es wirklich erlaubt ist. Definitiv. Da bin ich froh, dass wir das in Frankfurt nicht haben. Also, das ist, finde ich auch, sollte auch nicht sein. Aber vielleicht könnten wir da auch den Nominierten unseres nächsten Hörers, Ed J. Bukar-Buzak, nochmal dazu befragen, weil der nominiert Christian Streich für seinen grandiosen Satz, ich habe nicht überreagiert, ich habe ein Schimpfwort benutzt. Ich habe nicht überreagiert, ich habe ein Schimpfwort benutzt. Ja, aber das hat schon fast wieder Style. Ja. Es tut mir da fast weh, ihn als Dummschwätze zu haben. Auf der einen Seite fand ich das absolut cool, wie er da reagiert hat, auf der anderen Seite ähm... Er hat es halt eingeordnet. Er hat gesagt, ich habe mich überreagiert, ich habe einen Schimpfwort benutzt. Ja. Gut, dass ein Schimpfwort benutzen vielleicht auch eine Art von Überreaktion ist, hat er dann vielleicht aus Acht. Ganz ehrlich, ich habe mir die Szene, nachdem die Nominierung kam, nochmal angeguckt. Man kann jetzt, ich will jetzt nicht drüber diskutieren, ob Zieler das jetzt richtig, Stieler, Stieler, nicht Stieler, das richtig gemacht hat und ob Petersen das jetzt gehört hat oder nicht. Aber ganz ehrlich, die Szene, wo ein Christian Streich von vier Leuten festgehalten wird, ja, den Stieler anschreit, du siehst den Gaber da aus dem Mund fliegen, also das war mehr als ein Schimpfwort, was der da benutzt hat. Das war ein ganzes Buch. Ja, das ist ein bisschen ausgeflippt, das stimmt schon, ja. Also, das ist schon, also so sehr ich Streich auch mag für seine klare Art und Weise, aber das fand ich war schon, eine Nummer drüber, ja. Auf der anderen Seite dann auch wieder Props für Stieler, der einfach zwei Minuten total seelenruhig vor ihm stehen bleibt und denkt so, ja, und jetzt? Und ihn dann auf die Tribüne schickt. Also ich glaube, da wäre so manch einer auch ganz anders abgegangen. Aber nun gut. Ja, bei Streich tue ich mich immer schwer, ich mag den halt. Das ist halt einfach, ich bin auch, da erlaube ich mir auch subjektiv sehr, ich mag den trotzdem irgendwie. Ja, also, auch wenn es manchmal nicht so rüberkommt. Ich musste gerade lachen, weil der Glonch hat ein Bild gebastelt, wo ich, das ist glaube ich nicht jugendfrei, in ein Huhn tröte. Das habe ich auch, das hat er mir auch bei Twitter geschickt. Ja, mir auch, aber ich glaube, das ist nicht jugendfrei Glonch, also das weiß ich nicht, ob wir das verwenden können. Machen wir weiter. Nächste Hörernominierung wieder von unserem Hörer At Lethal Suspect und zwar Julian Nagelsmann, der, wenn er sich verstellen muss, über ein Sabbatical nachdenkt. War wohl eine Aussage in einem, ja, war glaube ich kein Interview, sein Pressesprecher, hat irgendwas gesagt, hat es dann nochmal eingeordnet. Und ich habe es jetzt mal mit aufgenommen, ganz ehrlich, ich mag Julian Nagelsmann jetzt nicht wirklich, aber zu sagen, hey, bevor ich mich irgendwie verstellen muss, dann gehe ich lieber nochmal ein Jahr raus und gucke mir irgendwas anderes an, finde ich jetzt nicht so tragisch. Finde ich auch nicht so schlimm. Also, man muss auch, man muss auch sagen, das ist auch, ich glaube, das wird von Marc Kosicke auch beraten, das ist halt diese Trainergelde. Ja. Klopp hat er, glaube ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber Tuchel, das ist, glaube ich, auch normal. Ich könnte es auch nachvollziehen, und auch wenn ich, ja, wie du sagst, Julian Nagelsmann auch nicht leiden kann und ich das merkwürdig finden würde, was er mit verstellen meint, weil ich finde gar nicht, dass ihm, außer jetzt in unserer Filterblase, finde ich gar nicht, dass ihm so viel Gegenwind entgegenbläst. Also, bei dem habe ich manchmal das Gefühl, der hört wirklich Podcasts. Würde mich jetzt nicht wundern. Nee, aber ich finde, dass er in der Öffentlichkeit eigentlich ein ziemlich gutes Standing hat und dass man ziemlich, ziemlich ihm positiv gesinnt ist und der schon so gehypt wird auch. Also, das habe ich nicht verstanden. Also, wenn er jetzt ganz viel Gegenwind bekommen würde, würde ich es auch verstehen. So verstehe ich das gar nicht, weil selbst auf seine abstrusendsten Aussagen, die er immer trifft, gab es ja wirklich jetzt kein Medienecho, wo ich denken würde, okay, das steht krass im Fokus, aber ich teile da deine Meinung rein. Ich würde diese Nominierung jetzt auch nicht unbedingt unterstützen, gerade weil man von ihm viel, viel, viel besserer Sachen gewohnt ist. Ja, genau. So, dann haben wir eine letzte Hörernominierung, die kam gerade eben kurz vor der Sendung noch rein, von Ed Martin unterstrich SCR und zwar nominiert er die Regierung von Österreich, die jetzt gegen Pyro-Ausnahmegenehmigung ist. Es gibt wohl die eine oder andere Ausnahmegenehmigung, dass man im Spielbetrieb Pyro zünden darf und die will man jetzt verbieten mit der Argumentation wegen den ganzen gefährlichen Rauchgeschichten, aber auf der anderen Seite ist man gegen ein flächendeckendes Rauchverbot in Gaststätten. Das eine ist an der frischen Luft, das andere ist in geschlossenen Räumen. Das macht natürlich Sinn, gell. Ja, genau, also ist ein bisschen merkwürdig. Wir haben ja einen Spocksartikel, ich verlinke den nochmal mit in der Abstimmung und dann genau, Richard schreibt gerade im Chat, für die österreichische Regierung ist Dummschwärzer noch viel zu freundlich. Ja, gebe ich dir recht, aber so heißt nun mal die Kategorie, Richard, die werden wir jetzt deswegen nicht ändern. So, habt ihr noch einen oder mehrere Nominierte? Also ich würde sagen, selbst wenn ich noch einen hätte, würde ich sagen, es reicht jetzt an der Stelle, sonst wären wir ja hier alle überfordert. Ich verfalle mein Potenzial nicht. Ich überhebe es mir für nächste Woche auf. Es ist nicht einer, den ich die Woche schon nennen muss. Hervorragend. Luca Matthäus, hallo, den hast du ja schon. Ach so, den hatten wir noch. Ja, aber da will ich ja noch was dazu sagen, weil das regt mich immer noch auf, obwohl Donnerstag ist. Dieser kleine Zwerg hat im Fußball nach seiner Karriere wirklich nicht viel erreicht, außer Borussia Banana zu trainieren, bei RTL 2 und irgendwo im Ausland, aber wirklich, und ist dann, hat dann irgendwann aufgegeben und bleibt jetzt bei Sky und hockt neben, oder, ja, Kalli liegt und er hockt bei Sky und erzählt ständig irgendeinen Schwachsinn, den keiner ernst nimmt und wirklich ernst nehmen tut ihn keiner mehr. Nicht mal mehr irgendwelche jungen Spieler, die er dann kritisiert und will immer irgendwelche krassen Meinungen vertreten, aber eigentlich, aber jetzt hat er mal was gehört, angeblich was gehört, gell, da muss er dann da hinkommen und seine ganzen Komplexe, die dadurch gekommen sind, aufarbeiten, ja, ich hab was gehört und der Niko Kovac steht jetzt, selbst wenn du es weißt, du Idiot, dann behalt es trotzdem für dich. Das Einzige, was du damit dafür sorgst, ist, dich zu profilieren und bei der Eintracht Unruhe reinzubringen. Mehr nicht. Ja, das stimmt. Mehr nicht. Fertig. Dann musst, weil dadurch ist es ja erst richtig heiß geworden. Dadurch hat es angefangen, die Aussagen, die von Kovac und Bobic provoziert wurden, die mich dann dazu veranlasst haben, skeptisch zu werden und mir Informationen an gewissen Stellen einzuholen, die haben mir dadurch, das kam mir dadurch erst und ganz ehrlich, für so eine Sache würde ich den manchmal gerne wegklatschen, weil ich mir denke, sei doch still, weil was hat er denn für eine Agenda? Das Einzige, was er will, der will sich profilieren. Macht er doch jede Woche mit Aussagen, die nicht so viel Schaden anrichten. Was soll das? Was soll das? Und ganz ehrlich, der soll sich ficken. Der soll mich in Ruhe lassen, wenn er nicht eh hier schon durch die ganze Grabowski-Nummer und sowieso alles. Ganz ehrlich, diese Person will ich einfach nicht mehr sehen. Das ist ein ekelhafter Typ. Keine Grüße. Gut. Dann haben wir den auch noch auf der Liste. Dennis hat schon gesagt, es gibt, ich habe keinen, von daher würde ich sagen, haben wir die Kategorie dann auch durch. Es gibt wie immer, wie jede Woche, eine Abstimmung in unserem Blog mit der aktuellen Ausgabe und dann könnt ihr abstimmen und dann schauen wir nächste Woche mal, wer da gewonnen hat. so und dann müssen wir jetzt noch Dinge empfehlen. Einmal, das hatte Marvin vorhin reingeschrieben, der ist jetzt leider nicht mehr da, von daher übernehme ich das jetzt einmal. Die haben im Ringfuchs-Podcast eine Preview auf die anstehende WrestleMania 34 jetzt am Sonntag aufgenommen und gehen da mal so ein bisschen die Matches und so weiter durch und wer da noch so ein bisschen Infos braucht oder noch so ein bisschen gehypt werden will, der kann sich da die aktuelle Folge anhören, geht glaube ich eine Stunde 15 irgendwie sowas um den Dreh, also noch recht einfach zu konsumieren. Und ich bleibe auch gerade thematisch mit meiner Empfehlung dabei, ich bin momentan so ein bisschen angesuchtet von dem Spiel WWE Champions auf iOS, ich weiß nicht, ob es das auch für Android gibt, ist so eine Mischung aus Wrestling und ihr kennt ja diese Spielchen, wo man so Diamanten oder Steine in so Farbleien bringen muss. Das spiele ich auch und wenn du dann das reinmachst, dann kriegst du einen Move und dann einen Doppelmoop. Genau und das ist so ein Ding, da hänge ich momentan, also wenn ich was zocke auf dem Mobilgerät, dann ist es das, hat wie alle Spielchen auch so eine Schlumpfbären-Variante, du kannst Geld reinwerfen, aber kannst du auch ohne eigentlich ganz gut spielen und wer da sich so ein bisschen für das Thema interessiert, kann sich das ja mal angucken, kann man sich kostenfrei runterladen. Und dann legen wir euch noch ganz recht herzlich ans Herz die aktuelle Fangate vor, ich habe die heute vorsorglich mit der Post bekommen, beschäftigt sich außer mit den letzten Spielen mit dem Thema 50 plus 1 und United Colors of Frankfurt. Von daher ein Blick wert und ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr den Teil, den kleinen Teil über den Eintracht-Podcast in der aktuellen Fangate vorfindet. Fotos schicken. Eine Sache zu WWE noch, das ist glaube ich das WWE 2.18, wer es noch nicht hat, kann entsprechend zu diesem schönen Event am Wochenende auf der Xbox kostenlos gespielt werden. Also wer mal ein Wochenende reingucken will, bevor er es sich eventuell jetzt kauft oder Langeweile hat und das Spiel noch nicht besitzt, also auf der Xbox kannst du das Wochenende kostenlos zocken. Ja, hervorragend. Schreiben wir mit auf. Gilt nur an dem Wochenende, also quasi Montag ist dann wieder rum. Ich glaube, ja, es war geteasert fürs Wochenende, wann jetzt die Ablaufdaten sind. Wahrscheinlich dann Freitag bis Montag irgendwie so ein bisschen. Okay, gut, dann haben wir den auch noch. Habt ihr sonst noch Empfehlungen? Nein. Nein. Du hast nichts mehr. Gut. Dann können wir auch das Ding abhaken und sind damit quasi auf der Zielgeraden. Ich möchte mich an der Stelle nochmal bei Monatswechsel ganz herzlich bedanken bei allen, die uns mit Spenden jeden Monat wieder aufs Neue unterstützen oder diejenigen, die unseren Amazon Affiliate Link benutzen, um Dinge zu shoppen. Wenn ihr über den Link einsteigt, dann kauft ihr die Dinge quasi zum gleichen Preis und wir kriegen dann am Ende von Amazon so eine kleine prozentuale Rückerstattung. Tut keinem weh. Da hab ich jetzt erst wieder fleißig drüber gekauft. Genau. Hilft uns durchaus, dann hier das Ding auch nochmal so ein bisschen am Leben zu erhalten und ansonsten gab es auch wieder fleißig Kommentare und Bewertungen auf iTunes. Wir sind ja jetzt offiziell Trucker approved. Grüße. Genau. Grüße gehen raus und von daher hat sich schon wieder gemeldet. Er hat sich bei dir persönlich schon wieder gemeldet? Nee, in den 93 Kommentaren auf der Internetseite. Ja, ich erwarte demnächst irgendwann Fotos von dir mit kariertem Hemd und Truckermütze dann da in so einem Führerhaus. Du kannst ja, das wäre eigentlich eine lustige Idee, du könntest ja mal fragen, wenn die Eintracht nach Europa kommt, was ja eigentlich keine Frage ist, ob wir quasi mit ihm zusammen eine Tour machen können, dann nach Marseille zum Beispiel. Ja, das wäre auch ganz toll. Der Eintracht-Podcast Trucker-Express auf dem Weg nach Marseille, das könnte doch was Grandioses sein. Ja, ich werde mich auch dann mit meinen merkwürdigen, was er hat das genannt, meinen merkwürdigen verqueren Ansichten, was den Fußball betrifft, zurückhalten. Wir können ja einfach über andere Dinge reden, nicht über Fußball. Ihr trefft euch dann am besten im Trucker-Eck in Stößen oben, schöne Sache. Wann war ich denn da? Ja, am Dienstag. Also wirklich ein schöner Laden, lecker essen, gut was zu trinken, also ist so eine richtig kleine Geheimtipp, würde ich mal sagen. Sendungstitel, kurz vor Schluss noch bekommen, der Dennis sitzt im Trucker-Eck. Das Grandiose ist, ich gebe Trucker-Eck bei Google ein und die erste Vervollständigung ist Stößen. So ist es, so ist es, ja. Das Trucker-Eck-Stößen hat sogar eine Facebook-Seite, die gucken wir uns ja jetzt live noch an, oder? Ja, also dann Sendungstitel Trucker-Eck-Stößen. Ja, großartig. Da ist eine, als Profilbild, eine nette Dame mit Cowboy-Hut, ja, sieht einfach ganz nett aus, hat bei 101 Bewertungen eine 4,8 auf Facebook, also das kann gar nicht schlecht sein. Das nächste Bild ist zwei Menschen in einem übergigantischen Huhn, wo du den Kopf rausstecken kannst. Ja, Rene, da sind wir ja wieder bei dir, da wird ja wieder ein Schuh draus. Genau, und da sind wir wieder wieder beim Im-Huhn-Blasen, es ist hervorragend. Mein Gott, also, dann empfehlen wir euch jetzt an dieser Stelle noch das Trucker-Eck in Stößen. Hervorragend. Ich empfehle auch noch was, nach der großen Euphorie gestern durch das 3-0 von Liverpool, das ist wahrscheinlich eine der besten Halbzeiten, die ich seit lange mal wieder gesehen habe, das ist schon irgendwie eine andere Sportart teilweise, als was in der Bundesliga so gespielt wird, hat mir Markus Bark dann noch ein Video geschickt aus einer Liverpooler Kneipe oder irgendwas, wo die dann dieses Lied, was auch während dem Spiel ständig gesungen würde, vortragen. Geil, ich bin ein großer Fan von Fangesängen auf der ganzen Welt und das ist ja ein überragendes Video und das werden wir auch in die Show Notes stellen. Okay, also du empfindest Fangesänge in dem Fall? Ja, wir lassen jetzt einmal den Dings, die eine Strophe. Ja. Das ist immer eh die gleiche Strophe. Die Strophe. Untertitelung des ZDF, 2020 Sehr geil. Das habe ich mir, seit er mir das gestern Abend geschickt hat, bestimmt schon 60 Mal angeschaut. Grüße an Herrn Bach und an alle Liverpool-Fans. Ja. Ich habe es leider gestern verpasst, das habe ich jetzt gerne gesehen. Aber ich habe mir nicht zusammenfasst. Gut, eine Sache noch dazu. Nochmal den Punkt Housekeeping und Spenden, denn sonst rückt die Soundqualität wieder auf das Niveau, was ihr gerade vom Basti vorgespielt bekommen habt. Bitte? Also immer, immer schwierig, immer schwierig, ja, ja. Also es ist halt schade, dass wir im Endeffekt diese Sachen, aber da reden wir später nochmal drüber. Einspielen von Video und Sounds müsst ihr mir auch nochmal erklären, wie ich das von meinem Laptop aus direkt einspielen kann, aber anderes Thema. Ja, genau. Also von daher vielen Dank für die Spenden, es ist grandios, was ihr hier jeden Monat wieder abliefert und wer noch was dazu wissen will, der findet auf unserer Seite eintracht-podcast.de eine entsprechende Kategorie. Und da könnt ihr mal reinklicken und da findet ihr alles, was ihr wissen müsst. Und bevor der Basti jetzt hier noch weiter singt, würde ich sagen, machen wir den Sack zu. Wir wünschen euch eine nicht mehr allzu lange Restwoche, ein schönes Fußballwochenende und dann melden wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.